Und dann Moinzen zu, ja, VfB-Podcast-mäßig, ihr kennt's ja, diesmal auch wieder alles einfach in alles reingeklatscht, sag ich wie's ist, und ja, quasi alles zum VfB einfach, was noch vor Wolfsburg zu besprechen ist, was passiert ist die Woche. Wie immer legen wir los mit ganz, ganz kurzer Rückschau, diesmal wirklich sehr kurzer Rückschau zum 1-1 gegen Köln. Danach haben wir VfB-News mit verschiedensten Themen, wir haben zum Beispiel neue Spieltagsansetzungen, auch das größere Thema von der VfB-Vereinspolitik, das ich so ein bisschen, ich sag mal, auf meine Art und Weise lösen werde, hört ihr dann nachher, und dann natürlich Vorbericht, Blick aufs Spiel gegen den VfL Wolfsburg, beim VfL Wolfsburg. Fangen wir an, VfB gegen Köln, ihr wisst ja, wie ich's hier mache, ich hab immer eine Tabs hier offen vor mir, mir teilweise was zusammengeschrieben, teilweise übernehme ich halt, oder übernehme ich Meinung aus Tweets, also auf Basis von Tweets und auf Basis von Artikeln und so weiter, ne, ist ja klar. Ich hab hier wirklich nur vier Stück vor mir. Das Nummer eins, deswegen, das ist auch fast, eigentlich kann man schon drei sagen, ähm, ist natürlich mein Video wieder, wie immer, zum, ähm, Köln-Spiel, Stadion-Audio-Vlog mit Tor drin und so weiter, schönes Ding geworden, glaube ich, ähm, aber halt eben das natürlich vor allem am wichtigsten, vielleicht kopple ich das echt einfach mal aus, ähm, dann würde ich echt noch mal überlegen, dann, dass quasi zwei Stück kommen zu den, zu den, äh, Spieltagen, dann quasi, dass ich quasi zuerst Spielfazit hochladen, danach quasi das natürlich logischerweise auch aufwendigere, ähm, Audio-Stadion-Vlog-Ding, ähm, aber hier, wie immer, natürlich Spielfazit mit drin und das auch wieder länger eigentlich als, als das Spiel selbst, deswegen da schon sehr viel Meinung, sehr viel, natürlich auch direkt nach dem Spiel, ähm, zu dem Spiel, deswegen kann ich mich hier, oder werde ich mich auch hier immer kürzer fassen, weil ich eben schon dazu was gesagt habe, sage ich mal. Ähm, das nächste ist Hoeneß und ich glaube, mit der Stimme nach dem Spiel von ihm kann man es halt wirklich eins zu eins zusammenfassen, viel mehr brauchst du zum Spiel nicht zu sagen, gebe ich mal wieder. Wir haben heute keine Top-Leistung gezeigt und sind natürlich enttäuscht über das Ergebnis. Wir haben heute die Klarheit, Handlungsschnelligkeit und Schärfe gefehlt, um das Spiel auf unserer Seite zu ziehen. Wir haben unsere Bälle zu einfach verloren, das Gegentor ist ärgerlich, können wir dann wieder voll da und wir haben, wir haben zu einfache Fehler gemacht. Am Ende haben wir sogar noch etwas Glück, dass wir die Partie nicht verlieren, das ist keine Niederlage, den Punkt müssen wir heute akzeptieren. Wer weiß, was er noch wert sein wird und ich glaube, das fasst, das fasst es einfach zusammen, ne? Also ich glaube, viel mehr brauch ich zum Spiel auch gar nicht zu sagen. Dafür war es nicht, ja, besonders genug, interessant genug, keine Ahnung. Auch die Stimmen zum Spiel habe ich auch schon angesprochen. Im Spielfazit natürlich, im Video nach dem Spiel waren wir wie immer sehr ehrlich, sehr kritisch. Keine Schönrednerei oder irgendwas, obwohl man natürlich gerade viel schönreden kann und ich habe auch ja nach dem Spiel gesagt, man braucht jetzt hier auch nicht irgendwie groß durchzutrennen oder wie auch immer, wir spielen eine unfassbare Saison, ne? Deswegen ist Meckern auf einem gewissen Niveau eigentlich fast verboten, sage ich, wie es ist. Aber natürlich auf spielbezogen darf man das und die haben es ja gesagt, ne? Haben arrogant gespielt, das Stiller-Zitat, was so ein bisschen die Runde gemacht hat. Wir hätten sie killen müssen, hat glaube ich Anton gesagt, ne? Also die Ansprüche sind gestiegen, die Selbstkritik bleibt. Die gesamte Saison ja schon, sagt man, nach jedem Spiel, sei es Hoeneß, sei es die Spiele oder sei es andere verantwortlich, dass man wirklich sehr zufrieden sein kann mit Äußerungen, mit öffentlichen Äußerungen zu Spielen, zu Situationen, wie auch immer, kann man sehr zufrieden sein mit und das auch nach dem Spiel wieder. Und natürlich jetzt der größere Part und interessanteste Part, glaube ich, zu dem Köln-Spiel noch, ist ja auch schon ein bisschen her, ich habe jetzt schon was gesagt dazu und so weiter und so fort, sind natürlich wie immer die Daten, Daten, Statistiken, Bilanzen, wie auch immer, die ihr, auch da sage ich immer wieder aufs Neue, hoffentlich schon gehört habt, weil Donnerstag 16 Uhr, Port Cannstatt, da bin ich ja mit dabei, mit den Einspielern, einmal zum letzten Spiel, einmal zum nächsten Spiel, einmal Nachbericht, einmal Vorbericht, das eben bis in der Blick auf Statistiken, auf Zahlen und so weiter runtergebrochen auf 2, 2,5 Minuten meistens und hier aber nehme ich eben auch natürlich dann im Nachlauf auch ein paar Daten, wie gesagt, nicht alle, sehr viele davon, aber nicht alle, deswegen wer alles hören will, gerne beim Port Cannstatt reinhören. Ja, genau das, fangen wir damit an, was Hönitz ja gerade auch vorhin schon gesagt hat, was ich vorhin schon vorlesen konnte, der Punkt wurde noch etwas wert, ne? Die Ankündigung wurde quasi realisiert dann im Verlauf des Spieltags, weil die Lage Leipzig konnte man vielleicht so ein bisschen erwarten, ne? In München schwierig, natürlich auch Last Minute, ne? Aber die ist, glaube ich, erwartbarer gewesen als, darauf will ich hinaus, das Dortmund-Ding. Dortmund verliert 2-3 gegen Hoffenheim, ganz wildes Ding, zu Hause auch noch gegen Hoffenheim, das war schon ziemlich heftig und damit eben, weil beide Konkurrenten hinter uns verloren haben, haben wir trotzdem, obwohl es sich nicht geil anfühlt, das 1-1, wie gesagt, bleibe ich auch dabei, auch dass wir nicht hochloben, ne? Aber eben gleichzeitig auch nicht zu tiefen Kritik reingehen, aber dadurch einfach einen Punkt gewonnen auf beide, einen Punkt Vorsprung gewonnen auf beide Mannschaften. 47 Punkte sind es nach 23 Spielen, allein das, um mal vorzulesen, ist komplett Wahnsinn. In der Formtabelle auch das mal, ne? Letzte 5 Spiele sind wir mit Leverkusen zusammen Platz 1, jeweils 13 Punkte geholt, ne? 4 Spiele gewonnen, 1 unentschieden. Das ist schon auch brutal stark. Und dann ist auch hier mal an der Stelle der ausführlichere Blick auf die Tabelle auf jeden Fall angebracht. 6 Punkte haben wir Abstand auf Platz 4, 7 Punkte Abstand auf Platz 5, 13 Punkte Vorsprung auf Platz 6 und 17 Punkte Vorsprung auf Platz 7 und eben auch auf Platz 8, also damit auch dem ersten nicht-europäischen Tabellenplatz, sind das 17 Punkte Abstand bei noch 11 Spielen, die ausstehen. Plus, du kannst eigentlich überall noch einen Punkt obendrauf rechnen, so gesehen, weil wir im Vergleich zu allen Vereinen unter uns auch das bessere Torverhältnis haben. Heißt, bei Punktgleichstand wären wir trotzdem vor ihnen. Deswegen kannst du quasi überall noch einen Punkt obendrauf rechnen. Das ist komplett wild. Und auch hier nochmal, ne? Zu dem Vergleich, letzte Saison, Erwartungshaltung, Herangehensweise an die Saison, wie auch immer. 30 Punkte, 30 Punkte Abstand auf Relegationsplatz 16. Heißt, bei noch 11 zu spielenden Spielen dürfte es auch bald dann quasi ganz, ganz, ganz offiziell sein. Ist das ja eh schon seit einer Weile, aber ganz, 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 ganz offiziell sein, dass wir nicht absteigen. Also wenn wir irgendwann mehr Punkte Vorsprung auf Platz 16 haben oder auf Platz 15 haben, als noch Spieltage zu gehen sind, Punkte noch zu spielen sind, dann natürlich ganz offiziell, auch wenn es schon länger klar ist, ne? Aber auch das wird, glaube ich, nochmal auffallen, wird auch, glaube ich, nochmal angesprochen werden dann. Und auch da nämlich, ne, auch den Frobek mit reingebracht. Fast auf den Tag genau, ich glaube, so zwei, drei Tage Unterschied, fast auf den Tag genau haben wir jetzt vor einem Jahr auf Schalke verloren, ne? Das ist fast ein, fast auf den Tag genau ein Jahr her haben wir auf Schalke verloren mit 2 zu 1 und der Labbadia noch. Da merkt man den Weg innerhalb von einem Jahr, ne? Das ist unglaublich. Das 1 zu 1 gegen Köln war erst das zweite Unschied von uns in der Saison. Davor war es erst 1 zu 1 gegen Leverkusen, beides zu Hause. Dann Führig hat nun schon einen siebten Treffer aufgelegt, das ist der Höchstwert im Kader bei uns beim VfB und auch für ihn jetzt schon einen Höchstwert, auch im Vergleich zu seiner kompletten Bundesliga-Jährige bisher. Bisher waren es, glaube ich, sechs Stück insgesamt aus den Saisons davor, jetzt hat er schon sieben Einer gesammelt. Mio, vierter Treffer, hat er das Tor gemacht, noch schöner Kombination nach Stuttgart-Ball einfach, ne? Das 1 zu 0, vierter Treffer in der Bundesliga, da muss man auch sagen, offiziell sind das alle in dieser Saison, ne? Also alle vier Bundesliga-Treffer, die er jemals erzählt hat, waren diese Saison, weil eben Relegation, wo er getroffen hat, nicht offiziell in Bundesliga reinzählt, ne? Das ist ja dann Bundesliga-Relegation, ne? Das ist außerhalb von der Saison. Und witzigerweise auch, alle vier Treffer in der Bundesliga waren alle in Heimspielen bisher, ne? Auch irgendwie witzig. Gehen wir rein, wie immer auch in den Vergleich, habe ich auch Tabellen aufgestellt und so weiter, um es immer wieder schön vergleichen zu können, ist nämlich das Thema von dem Spieltag selbst. Bundesligadaten, 1,68 Expected Goals waren es für uns, 1,27 für Köln, 5 zu 6 Torschüsse am Ende des Tages. Wir hatten 67% Ballbesitz, war der dritthöchste Wert nach den Spielen gegen Hoffenheim und Gladbach. Und natürlich dann im selben Zug natürlich auch die 33% bei Köln, dann der drittschlechteste Wert von einem Gegner vom VfB in eben diesen 23 Spieltagen. Das ist ja mittlerweile echt eine große Datenlage zu vergleichen in der Saison mit 23 Spieltagen. Das ist anders, als wenn ich jetzt sage, dritthöchster Wert an Spieltag 5, ne? Ist ja klar, 854 Pässe haben wir gespielt, zweithöchster Wert nach der Partie in Gladbach. Köln, 280 Pässe gespielt, war der viertniedrigste Wert aus den 23 Spielen von einem VfB-Gegner. Und wir, Passquote, 91% überragend. Zweithöchster Wert nach dem Spiel in München, da war es, glaube ich, sogar nochmal 1% höher. Köln hat 75% Passquote gehabt. Das war dann vom FC dann hier der viertniedrigste Wert von einem VfB-Gegner. Und auch da muss man jetzt sagen, das ist so ein bisschen der Klassiker, ne? Da sieht man hier die höchsten Werte geteilt mit Gladbach, mit München. Wenn du viel den Ball hast, ne? Viel Tennis, viel Handballspiel, so ist es richtig. Handballspielst um 16er, viel kombinierst, viel den Ball hin und her und her schiebst, weil dir der Ball eben auch überlassen wird. Dann sind natürlich die Statistiken auch dementsprechend hoch. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu. Geteilter Höchstwert mit dem Heimstück gegen Leipzig von vor kurzem sind die Ecken. Neun Stück hat man gegen Köln. Köln hatte vier Stück. Und auch da haben wir zusammengefasst eben viel Ball bis jetzt, viel Pässe. Aber eben einfach am Ende des Tages zu wenig Torgefahr, um eben gegen Köln mehr zu holen als diesen einen Punkt. Und trotzdem, auch das nochmal zum Abschluss, ne? Trotzdem gehen wir doch als eine Art und Weise oder als eine Art von Spieltagssieger da raus. Dann kommen wir zu den VfB-News. Auch die hier mal alles wieder mit einem Eins rein, wieder längere Folge, so ist diesmal nicht ausgekoppelt. Wir legen los mit der interessanten Idee. Ich habe immer so ein, zwei Geschichten dabei, die jetzt ein bisschen außerhalb vom VfB sind, seien Ex-Spieler, seien Fußball generell. Und auch das hier nur ganz kurz angesprochen, weil ich es irgendwo gelesen habe und die Idee vom Grundsatz schon interessant finde. Natürlich hat die auch ihre schwierigen Seiten dann logischerweise, aber hier hieß es irgendwann mal, ne? Keine Ahnung, ob es immer noch so ist, ob es das Gerücht wirklich gibt. Aber wohl aus der Premier League gibt es das Gerücht, dass sie überlegen über eine Regel, die dann wie bei den Spielern auch die Trainer behandelt. Im Sinne von, Trainer können auch nur während Transferperioden den Verein wechseln oder eben entlassen werden, ne? So wie Spieler nur im Winter und Sommer wechseln können. Gut, so ein Thema wie vereinslos ist nochmal was anderes, aber offiziell eigentlich während der Transferperioden Sommer und Winter. Und auch da eben die Überlegung, ey, lass doch viele Trainers auch so machen, ne? Dass du eben deinen Trainer nur im Winter, nur im Sommer rausschmeißen kannst oder eben einen neuen einstellen kannst. Finde ich eigentlich eine ganz interessante Idee, wie gesagt, auch da natürlich ein Negativbeispiel, ne? Wenn du ein Trainer, ja, wenn einfach ein Trainer scheiße ist, so, dann musst du den halt trotzdem bis Sommer beschäftigen oder so. Das ist natürlich auch doof. Andererseits, glaube ich, oftmals ist es auch so, dass einfach Trainer sehr groß einfach auch die Opfer sind, ne? Weil es ist einfach einfacher einen Trainer rauszuschmeißen als elf bis 15 Spieler, wie auch immer. Deswegen auch da für die Trainer selbst eine ganz interessante Lösung, eben auch für Vereine dann eben auch eine Regel, wo du eben zwangsweise ein bisschen mehr an deinen Trainern festhalten musst, ne? Gerade wir als VfB, HSV, Schalke, wie auch immer, oft genug Trainer, ja, verbrannt oder falsche Trainer eingestellt. Wie gesagt, da ist natürlich doof, wenn du irgendwann merkst nach dem Winter, jo, der ist kacke, aber ich kann nicht rausschmeißen, ich kann das erst im Sommer tun. Wie gesagt, nicht perfekt ausgedacht die Regel wahrscheinlich in erster Linie. Aber die Grundsatzidee zu sagen, ey, wir behandeln Trainer wie Spieler, finde ich gar nicht mal so uninteressant und wollte es deswegen mit reinnehmen hier. Mittelstädt ist auch mit reingenommen hier. Mittelstädt, meine Geschichte bei Sky, auch schon jetzt sechs Tage alt, das Ding war bei Sky, bei Riccardo Basile. Ja, komischer Typ, ich glaube, die meisten können mir da zustimmen. Also, das Format war dann auch nur cool, weil eben Mittelstädt dabei war, fand ich wirklich auch eine gute Folge mit Mittelstädt und eben da auch interessant rauszunehmen, dass er generell super sympathisch bleibt, ist und bleibt, wie auch immer. Auch da in der Folge nochmal wirklich einfach einen guten Eindruck gemacht hat, der Mann, sehr geiler Transfer gewesen. Und eben auch vor allem interessant, dass da auch immer dieses unangenehme Telefonat ist ja mit drin, wo sie hier so tun, als würden sie den berühmtesten anrufen und mal gucken, ob er rangeht. Also, im Leben ist das abgesprochen, aber auf jeden Fall war Ghedira derjenige, den er angerufen hat, kannten sich ja noch aus der Zeit bei der Hertha, wo Ghedira ja auch mal kurz war, bevor sie dann die Karriere dann beendet wurde. Und da hat Ghedira auch gesagt, oder Mittelstädt hat auch gesagt, dass Ghedira ein Grund war, warum er beim VfB ein Thema wurde. Also, ich glaube, jetzt, wo er bei der Offensee kam im Sommer, war Ghedira, glaube ich, schon weg in dieser Beraterrolle, aber vielleicht ist Ghedira ein Grund mit gewesen auf jeden Fall, dass ein Mittelstädt eben auf der Liste stand. Auch Beuteschema, ein Junge, wo Ghedira gesagt hat, ey, der kann was, der hungrig ist, der vielleicht nicht so gut gesehen wird, wie er vielleicht ist, aber da hat er nicht so viel gespielt und nicht diese Stammrolle gehabt. Dazu eben auch, das hat er auch gesagt, was ja auch klar ist, VfB, knappes Budget, also auch eben billig zu haben war. Deswegen kann man vielleicht Ghedira tatsächlich ein bisschen was anrechnen, da das Mittelstädt den Weg zu uns gefunden hat im letzten Sommer. Endo, da müssen wir jetzt rein, das muss jetzt einfach sein. Endo, die Legendo bei Liverpool, es macht so Spaß. Bei mir sowieso, weil ich ja auch so ein bisschen nie im Leben auf dem Level vom VfB, ist ja auch ganz klar, dass ich ein bisschen als zweiten Verein ja schon seit längerem Liverpool habe, ganz klar. Er war auf jeden Fall auch schon einmal dort vor Ort gewesen, war auch absolut Wahnsinn. Deswegen war auch der Transfer natürlich einfach auch cool. War schade für uns, dass es gegangen ist, Endo, aber wenn er irgendwo wechselt, dann gerade auch noch zu Liverpool gegangen ist, war es natürlich irgendwie trotzdem auch cool. Hab ja auch ein Liverpool-Trikot sofort geholt mit Endo hinten drauf, als Transfer dann durchging. Und die haben jetzt den Carabao Cup gewonnen gegen Chelsea in der Verlängerung. Und da glaube ich ihn auch nochmal richtig dick gelobt. Endo, der spielt ja wirklich Stamm, der zockt bei den Stamm seit jetzt schon echt langer Zeit. Anfang ein bisschen versucht, ein bisschen reingefunden erst. Dann kam er immer mehr rein, Stamm gespielt. Wir haben einen Asia Cup, einen Asian Cup haben sie ja wirklich auch vermisst Endo, auch die Liverpool-Fans, was man so zumindest online mitbekommt. Hatte ja auch mittlerweile einen riesen Status bei den Fans. Noch ein geiles Bild von ihm mit dieser Medaille dann vom Carabao Cup, sein erster Titel mit Liverpool von Legendo. Liverpool-Fans ja auch schon oft die Witze gemacht nach dem Motto, ey, für Premier-League-Verhältnisse ist das ja ein Witz, was wir hier gemacht haben. Endo hier irgendwie, was waren das da, 20 Millionen Euro. Lass mal ein bisschen mehr nach der Stuttgart überweisen. Das ist ja eine Frechheit, wir haben die ja komplett gescammt. Deswegen, der Mann ist da angekommen, der Mann ist da wirklich beliebt. Das ist einfach nur Weltklasse, das macht einfach schön, einfach wunderschön. Und tatsächlich hat er hier den Liverpool-Fans auch ausgearbeitet, wenn Endo gestartet ist. Also Endo von Beginn an rankam, in der Startelf war, wenn ich es hier richtig verstehe, haben sie 17 Spiele gehabt, 15 Siege, zwei Unentschieden. Die haben noch kein Spiel verloren, das Wataru Endo für Liverpool gestartet hat in der Startelf. Geiler Typ, absolute Legende und es eben einfach auch geil zu sehen, wie es bei Liverpool wieder läuft. Plus eben auch da so ein bisschen diese Spitze nochmal reinbringt gegen manche, nicht alle, aber manche viele englische Fans, die ja auch die Chelsea-Transfers, da waren in Liverpool auch dran, an irgendwelchen Latvias und was weiß ich da alles rumrennt für ihre 100-plus-Millionen-Enzo und so Geschichten, vor allem Chelsea ist ein komplettes Milliardengrab gefühlt. Und da haben wir oft gesagt, hä, Endo, was ist Endo, hä, 20 Millionen, Stuttgart, hä, Abstiegskampf, hä, kann der was, hä, was ist denn das? Hätte ich doch lieber den für 100 Millionen da von Brighton oder wo auch immer her gehabt. Er hat alle, 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 alle eines Besseren belehrt Klopp auch dafür eine komplette Legende weiterhin, weil der ja auch schon, auch schon ein Ankündigungsvideo, das weiß ich, er hat auch im Ankündigungsvideo damals gesagt, Jungs, ich weiß, wie der Fußball funktioniert, ich weiß, wie die Transfers funktionieren, aber wartet ab, wir brauchen ihn, geiler Typ, ich freue mich sehr, dass er hier ist und hat es komplett bestätigt, Klopp hat sich da durchgesetzt quasi oder eben auch mit der Message nochmal an die Fans raus, sich jetzt mittlerweile die Bestätigung komplett bekommen, Endo, mittlerweile auch kompletter Fanliebling dort in Liverpool, feiere ich komplett und wollte dann hier eben auch dann in der, ich sag mal, aller Ausführlichkeit mit reinnehmen, Führig-SBC, auch das, ich spreche es öfter an, hier und da mal FIFA, EAFC, nenn es wie ihr es wollt, hat der VfB ja einige, einige Special-Karten bekommen und mittlerweile jetzt eben auch nochmal neue mit Führig-SBC, ich glaube, die läuft auch noch ein bisschen, ja, kann man auch machen, 100.000 kostet hier so roundabout, der SBC-Preis, das, ich glaube, die meisten oder viele, ich, ich, sogar ich, sag ich mal, weil ich, wie gesagt, ich zocke das nicht mehr so krass aktiv, ne, ich gucke mal immer wieder, wenn VfB-Spieler da sind, gucke ich, ob ich irgendwie Münzen zusammen habe, irgendwie einen Verein zusammen habe oder wo man irgendwie ja zocken kann und mache das dann, um die VfB-Spieler zu haben, aber viel mehr ist da nicht, aber selbst ich konnte einen halbwegs aus dem Verein machen, den Führig geile Karte bekommen, ähm, die sich auch noch, glaube ich, sogar auch, wie gesagt, da merkt man, wie, 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 wie nicht tief ich in dem Spiel drin bin, aber der kann sich, glaube ich, auch sogar noch mal weiterentwickeln, je nachdem, wie der VfB im echten Leben, sag ich mal, ähm, performt, ne, deswegen kann die Karte nochmal steigen, geile Karte bekommen, 88er Rating, 90 Schuss, 86, äh, 90 Tempo, 86 Schuss, so rum, 85 passen, 90 Dribbling, geile Karte auf jeden Fall und so, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir ins Team schaue, ähm, da rennt dann ein Wagnermann rum, ne, Evolution-mäßig, da rennt ein Mittelstadt-Innenform, da rennt ein Stiller rum, jetzt vorne, ja, in letzter Zeit ja auch viele dazubekommen, ne, deswegen, ähm, ganz wild vorne der Sturm, hast einen Mio-Trim mit seiner Karte, einen Undaff-Player-of-the-Month, Gerasi, ähm, den du hochpushen konntest über eine Evo, und jetzt eben auch noch Führig, der kann ja auch MS zocken auf der Karte, LF und so weiter, du kannst ja so geil was zusammenbassern aus dem VfB, das ist wirklich, das ist einfach wirklich geil, und hoffentlich kommen noch ein paar Karten dazu, natürlich am Ende sage ich es auch ein paar Team-of-the-Season-Karten, ne, wenn es dann Richtung Saisonende zugeht, und natürlich gleichzeitig auch Führig perfekt zum Übergang, nämlich Führig bleibt, äh, das ist nämlich so ein bisschen der aktuelle, ähm, der aktuelle Stand, ähm, was das angeht, wurde berichtet von, von Sky, dass es eine, äh, ja, die Ausschichtsklausel in Höhe von 20 bis 25 Millionen sein soll, das wurde ja, glaube ich, auch so vom Kicker berichtet, was ich auch schon mal angesprochen hatte, in den letzten Folgen auf jeden Fall, ähm, aber er will auf jeden Fall bleiben, das ist der aktuelle Stand auch von Sky, auch hier vom, äh, Dennis Beyer, das, äh, Führig aktuell planen VfB auch in der kommenden Saison, treu zu bleiben, ich meine, klar, einerseits kann ich sagen, ja, logisch, der hat erst vor gefühlt vier Tagen seinen Vertrag verlängert, aber trotzdem, ne, wenn er Ausschichtsklausel drinsteht, ist immer natürlich ein Abgang möglich, ähm, aber, das auch egal, ob Champions oder Europa League, äh, geht's schon gar nicht mehr um Conference League, also ich glaube, das haben sie wahrscheinlich dann auch schon mental abgehakt, dass es eins von Champions oder Europa League werden wird wahrscheinlich, den hat er vorhin auch schon gehabt, 17 Punkte Abstand auf den Conference League-Platz, ähm, aber auf jeden Fall schon mal gute Nachrichten, macht für mich auch nur Sinn, ne, auf jeden Fall dann auch hier damit klar geworden, wann die gilt, ne, das ist auch mal das Thema, wann gelten Ausschichtsklauseln, dann gilt sie wohl auch schon im Sommer, dann natürlich wieder die Frage, gilt sie den kompletten Sommer lang, ne, Thema Gerasi, wo es nur ein halbes, halbes Transferfenster, äh, gezählt hat, danach konntest du wieder frei verhandeln, ne, muss so alles abwarten, wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rauskommen dann zu Führig, aber auf jeden Fall die Meldung vor allem, Führig bleibt. Ich glaube, so kann man es erstmal, die Meldung zusammenfassen, ähm, Höhnens Verlängerung, gehen wir direkt weiter so ein bisschen in, 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 in Transferthemen, sag ich mal, ähm, ja, hat man schon mal drin, dass der vielleicht ein Thema ist für die Bayern, ähm, die wollen natürlich weiterhin Alonso, aber falls der nicht klappt, wäre Höhnens eine Option, ist so die aktuelle, die aktuelle Lage, wie es berichtet wurde, aus vor allem dem Bayernkreis, äh, an Journalisten, ähm, ja, Transferjournalisten, wie auch immer, ähm, aber wir sind trotzdem, auch wir als VfB sind trotzdem weiterhin, ähm, guter Dinge, dass wir verlängern können, ähm, eben vor Ende der Saison, dass du eben nicht ein Jahr vor Vertragsende eben so dastehst, ne, mit einem Jahr Restvertrag, die ersten Gespräche sollen wohl schon angefangen haben, ähm, ja, Höhnens soll ja wohl auch nicht abgeneigt sein, ich meine, warum auch, ähm, kann sich aus der Not auch immer, wie bei Spielen ja auch, geht ja auch bei Tränen mittlerweile, auch Ablösesummen dort, kann sich auch von mir aus eine Ausschickslausel reinschreiben lassen für Klubs ab, keine Ahnung, ab Top 3 Bundesliga, ab Top 3 Premier League, was weiß ich, ne, irgendwas, irgendwas reinschreiben lassen, ähm, aber Hauptsache der verlängert, kein Bock, dass der jetzt hier im Sommer dasteht, nur noch ein Jahr Vertrag hat und dann es irgendwie nächsten Sommer irgendwie ablösefrei verlässt oder so, mal abwarten, mal abwarten, wie lange, wie lange man dann verlängern könnte mit Höhnens, ich glaube aber auch, dass für ihn, auch für die anderen Vereine, die ihn sich anschauen, es glaube ich schon auch von Vorteil wäre, noch ein Jahr zu bleiben, auf jeden Fall, weil sollte man jetzt beispielsweise Champions League spielen, Europa League spielen, dann wäre es, glaube ich, nicht verkehrt für Top-Klubs wie Bayern und so weiter, die ihn vielleicht beobachten, erstmal abzuwarten, kann er da auch liefern, ne, wie klappt das bei dem mit Dreifachbelastung, was er bei den Klubs immer haben wird quasi, ähm, deswegen wäre es überhaupt nicht schlecht, den noch ein Jahr zu halten, ein Jahr zu gucken, wie, wie schlägt er sich mit Champions League, mit Europa League und so weiter und so fort, ich glaube, Höhnens selber dürfte irgendwie auch keine Eile haben, da jetzt irgendwie jetzt schon den Schritt zu machen, kämpfe mich zu früh, wenn er jetzt schon zu den Bayern geht, der nächste deutsche Trainer da irgendwie da, ja, verbraucht wird in München, sage ich mal, nach Nagelsmann, nach Tuchel, ähm, deswegen, ich glaube, Höhnens Verlängerung wird klappen, bin ich eigentlich wirklich guter Dinge, ähm, und dann mal sehen, wie lange am Ende es bei uns bleibt, natürlich auch von der, von der Erfolg, äh, vom Erfolg von uns ab, logischerweise, ne, kann, deswegen muss man es ja gerade auch so feiern und muss man es auch noch mitnehmen, egal, was kommt, weil, wer sagt denn, dass wir nächste Saison auf einmal wieder dritter, dritter sind, auf einmal wieder die Saison auf Platz sechs abschließen, sagt ja keiner, kann ja genau so passieren, dass nächste Saison auf einmal wieder auf Platz zwölf landet, ne, die, die eigentliche Erwartungshaltung, ne, deswegen auch da natürlich vom Volk abhängig, wenn Höhnens nächste Saison nochmal so eine Wahnsinnssaison spielt, ne, ne, dann kannst du vielleicht nochmal länger halten, beziehungsweise ist er nochmal mehr im, oder, dann hättest du ihm mehr zu bieten, deswegen damit sagen, mehr Champions League zu bieten, aber natürlich im Gegensatz, äh, im Gegensatz dazu natürlich auch mehr Schaufenster auf ihn, ne, mehr Licht auf ihn, ähm, wenn er nochmal so eine Saison spielt, deswegen, ich glaube, wir können Höhnens nächste Saison auch noch halten und darüber hinaus ist dann die Frage, was, ähm, ja, ob noch was möglich ist, überhaupt ihn zu halten, falls er diesen Weg eben weitergeht, den er gerade mit uns geht, wie gesagt, die Lobeshymne nur auf ihn, jede Woche aufs Neue und das eben auch hoch verdient. Und da von Gerasi ist der nächste Punkt, weil Undav eben auch vor dem Köln-Spiel gesagt hat, dass er gerne bleiben möchte bei uns, ähm, er hätte gerne so früh wie möglich Klarheit, ähm, ähm, ja, er ist aber da grundsätzlich entspannt, hat er gesagt, mal gucken, was die Parteien sagen, schauen wir mal, ähm, weil, ähm, klar, die Kohle ist immer das Thema, manche berichten ja auch, dass wir vielleicht nicht das Geld hätten, um Undav zu bezahlen im Sommer, ne, diese 20 Millionen oder was es da sind, ein bisschen weniger vielleicht, ähm, die an Brighton gehen müssten, ähm, auch er will natürlich mit dem VfB international spielen, ne, braucht man nicht mehr drum herumreden, hat er gesagt, ähm, deswegen auch das gute Aussagen von Undav, er will auf jeden Fall bleiben, ähm, ich glaube, wir wollen auch, dass er bleibt, man muss halt abwarten, was da geht, ähm, ich meine, keine Ahnung, ich bin natürlich nicht in der Finanzlage vom VfB drin, ne, aber ich sehe es irgendwie nicht, warum wir das nicht haben sollten, also, einerseits geht ja vielleicht Gerasi im Sommer, hast du 20 Millionen, andererseits geht vielleicht ein Silas im Sommer, kriegst du 15, 20 Millionen, dann kriegst du ja nochmal Kohle auch für Europa League, natürlich noch mehr für Champions-League-Teilnahme dazu, wenn du dich eben weiterentwickeln willst, oder eben Spieler auf dem Niveau auch halten willst, dann musst du das Geld zahlen, weil, selbst wenn du ihn nicht holst, ein Spieler von, ja, von dem Niveau, von Undav, zahlst du auch so 20 Millionen auf dem Markt, wenn du jetzt nach wem anders an Ausschau hältst, weil du Undav nicht kaufen kannst, das Geld zahlst du für solche Spieler, deswegen, ich hoffe sehr, dass wir Undav halten können, denn auch noch Nationalspieler vermutlich bald, also, ich hoffe sehr, dass wir das behalten können, dass wir das Geld am Ende des Tages haben, Geld, das wir nicht haben, nächster Übergang, ist Gerasi, weil da hat die Bild mal ganz wild rausgehauen, dass Gerasi in kommenden Saison auf jeden Fall über 10 Millionen Euro verdienen will. Ja, das können wir logischerweise nicht bezahlen, Bayern und die Premier League sind Optionen, schreibt die Bild, weil ich glaube, viel mehr in Deutschland kann dem auch keine 10 Millionen zahlen, deswegen, also, da kam auch sofort als Reaktion von vielen VfB-Fans auf Twitter, das, was Gerasi schon mal gepostet hat online, nämlich, don't listen to everything on the Internet, und das ist es ja auch am Ende des Tages, die können viel schreiben, wir können viel von dem glauben oder eben nicht glauben, wer es am Ende des Tages weiß, was er will, wie er es macht im Sommer, ist Gerasi selbst, ist Seru ganz alleine, auch da bleibe ich weiter in dieser Fabelwelt von mir aus im Kopf, dass er doch vielleicht bleiben könnte, wenn du eben Champions League anbieten kannst, zum Beispiel, weil ich habe gesagt, das, was er immer rauskam, ist ja, oder was immer rauszuhören war, ist ja, dass er, egal wo er hingeht, er will Nummer 1 sein, er will spielen, und welcher Verein kann ihm aktuell die Nummer 1 im Sturm geben in der Champions League, ne, also, bei Vereinen, die, ich sag mal, höher sind von normal, der Größe und europäischem Standing und so weiter, als wir, klar kann er jetzt auch zu was Vergleichbarem im Spanien gehen, zu irgendeinem dritten Platz in Spanien, zu irgendeinem dritten Platz in Frankreich gehen, dann von mir aus, aber ich sag mal, in Sachen Weiterentwicklung, Thema Bayern, Premier League und sowas, wer kann eben da gerade bitte, möglicherweise, es ist auch das nicht vorbei, ne, aber möglicherweise, Startplatz in der Champions League garantieren, Startelf-Champions League garantieren, wer kann das bitte, auch die Bayern nicht, ne, Bayern müssten umstellen, Kane hast du, spielst du Doppelspitze, ist Gerasi doch eher von der Bank aus, ne, also deswegen habe ich da für mich zumindest in meiner naiven Welt noch ein bisschen das Gefühl, dass wir auch Argumente haben, dass Gerasi bleiben könnte, aber natürlich, ne, Ausschießklausel ist ja da mit diesen rund 20 Millionen im Sommer, Bild auch nochmal weiterhin, ähm, Artikel verfasst mit Szenarien, ähm, dass die Chance, dass, äh, ja, Gerasi und Undaf bleiben quasi gegen Null geht, ähm, die Chance am höchsten ist, dass Gerasi geht und Undaf bleibt, weil dann könntest du nämlich, auch Gerasi, äh, und da vielleicht auch von Gerasi, ähm, finanzieren, und so weiter und so fort, müssen wir einfach abwarten. Wer auf jeden Fall sicher kommt, ist natürlich noch nicht offiziell, aber so wie es ja berichtet wird, äh, oder berichtet wurde auch schon im Laufe, oder im, im Zuge seines Transfers damals ist, Anthony Rowe, weil da natürlich eine verpflichtende Kaufoption drin ist, wie es berichtet wurde, oder wie da jetzt auch neu berichtet wird, ähm, im, äh, Falle des Nichtabstiegs, und das dürfte durch sein, das Thema Nichtabstieg, das heißt, der Mann wird kommen, ich glaube, das waren ja damals irgendwie die, die Berichte von 3 Millionen oder sowas, das war ja am Anfang irgendwie nach dem Motto, wow, krass, was haben wir da gemacht, wir holen einen mit 10 Millionen Marktwert, aus Frankreich, ähm, der im nächsten Sommer dann, wenn wir die Klasse halten, für 3 Millionen sicher kommt, und das ist eben wohl der, ja, der Zeitpunkt gekommen, das jetzt auch offiziell zu machen, äh, in dem Sinn, oder offiziell wieder aufzurollen, zu berichten in den Medien, dass Ruho dann kommt, ähm, keine Ahnung, ob es der VfB dann auch schon, direkt rauspussaut, wenn es irgendwann rechnerisch durch ist, dass wir nicht absteigen, ob sie es erst nach der Saison tun, aber, wir können es, glaube ich, im Kopf behalten, Ruho bleibt, finde ich auch sehr, sehr gut, mal mindestens als Backup, sehr, sehr gut, ähm, macht seine, macht seine, macht seine Rolle da gut, ähm, das Geld, wie gesagt, wenn man 3 Millionen zahlt, für den, ich glaube, mittlerweile noch 7 Millionen Marktwert, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist auch ein Schnäppchen dann, Top-Ding auf jeden Fall, mal weiter mit Testspiel, weil Lernenspielpause, gibt es wieder eine bald, ähm, im März, und in dieser Märzwoche, nämlich am Donnerstag, 21. März, spielt der VfB ein Testspiel gegen Elversberg, der Aufsteiger in die zweite Liga, auch aktuell Tabellen 10., also es sieht gar nicht so schlecht aus, dass sie auch drinbleiben, da ja auch, äh, Wahid Fahir, ausgeliehen von uns aktuell an Elversberg, gibt es sogar auch Zuschauer diesmal, ähm, im freien Verkauf logischerweise, ähm, Vollzahler 10 Euro, Eintrittskarten für Dauerkartenbesitzer, und eben andere ermäßigte Tickets, denke mal auch Mitglieder oder sowas, keine Ahnung, ähm, gibt es für 6 Euro, und dazu gibt es auch so ein, ja, Angebot mit, äh, Kids-Tour, ähm, dass sie eben nach dem Spiel in die MRP-Ariene noch können, da Stadion-Tour machen, gibt es auch so, ein Kombi-Ticket, sag ich mal, ähm, genau, kann man auch das sowas buchen, für, wer da Interesse daran hat, wenn nicht vor Ort sein wird, wenn er nicht hingeht, kannst du auch online gucken, VfB-TV oder auf dem VfB-YouTube-Kanal, Testspiel gegen den Zweitligisten, Elversberg, und dann, haben wir natürlich noch die größeren, äh, Termine, Restprogramm, fangen wir erstmal damit an, hat nämlich einer aufgelistet hier, unser Vergleich, oder unsere, ja, die, die wir gucken müssen, ähm, beim Thema, ähm, ja, Champions League, ist ja Leipzig, ist ja Dortmund, vorhin auch schon angesprochen, mit dem Punkt, den wir gut gemacht haben, und hier kommen wir eben nochmal drauf, Restprogramm, oder die nächsten Spiele zumindest mal, ähm, von Dortmund, von Leipzig und von uns, wir haben jetzt noch Wolfsburg auswärts, Union-Heimspiel, danach Hoffenheim, auch das ehrlicherweise Heimspiel, und danach Heimspiel gegen Heidenheim, wie gesagt, nach Hoffenheim ist kurz Länderspielpause, und danach gegen Heidenheim weiter, ähm, Dortmund hat Union auswärts, hat Bremen auswärts, hat Frankfurt zu Hause, und hat Bayern auswärts, das klingt nochmal deutlich, deutlich knackiger als unser Programm, und, äh, Leipzig ist halt so ein Ding, von wegen, ja, grundsätzlich Gefahr da, vielleicht wegen, ja, man unterschätzt seine Gegner, und für die geht es um alles, aber auf dem Papier, haben die, zumindest drei- bis viermal, Abstiegskampf pur, Bochum auswärts, Darmstadt zu Hause, Köln auswärts, Mainz zu Hause, ne, also auch das Programm, einen Tacken einfacher, wenn man das anschaut, könnte es sein, dass vielleicht sogar Leipzig noch die Dortmunder überholt, jetzt auf Strecke gesehen, ähm, wir auf unserem Platz bleiben, das heißt vielleicht dann, wir Dritter, Leipzig Vierter, Dortmund Fünfter, das ist natürlich große Gefahr für Dortmund, mal gucken, wie es da dann weitergeht, auch mit, äh, Edin Terzic, wie lange sie dann an dem noch festhalten können, weil das sollte mal zumindest drin sein, ist die Champions League bei Dortmund, klar, gibt auch diese Gerüchte, oder diese, ja, Möglichkeit mit Platz 5, dass der auch für die Champions League gilt in der Bundesliga, aber das hängt ja davon ab, wie man europäisch spielt, wie man europäisch abschließt, die deutschen Mannschaften, kann auch gut sein, dass uns da noch eine andere Liga überholt, also der fünfte Platz, Champions League ist nicht garantiert, alles andere als das, deswegen soll Dortmund schon alles dran setzen, dass die drinbleiben, ne, drinbleiben in, äh, in den Champions League Plätzen, in den offiziellen 1 bis 4, mal gucken, wie das so weitergeht, und jetzt natürlich das wichtigere, offizielle Spieltage wurden angesetzt, Spieltage 27 bis 30, ne, wir sind echt schon, wir gehen langsam in Richtung Saisonensport, schon, schon krass, nur noch, ja, vier Spieltage, die nicht terminiert sind, ähm, gehen wir rein, wir haben Heidenheim am Sonntag, Sonntagsspiel 31.3., 31. März, 17.30 Uhr, Heimspiel gegen Heidenheim, natürlich, ich klei noch mal ein bisschen drauf, drauf ein, was da so, wie immer dann drumherum passiert ist, in Sachen Aufregung um die Spieltage, ähm, Dortmund, Auswärtsspiel, Top-Spiel der Woche, äh, 6.4., 6. April, 18.30 Uhr, Woche drauf, wieder Top-Spiel der Woche, zu Hause gegen Frankfurt, Samstag, 13.4., 18.30 Uhr, Heimspiel diesmal natürlich, heißt auch, wir hatten beide Spiele in der Saison, gegen Frankfurt waren Top-Spiele, Hinspiele war auch schon Top-Spiel in Frankfurt, ähm, der 2-2-1-Auswärtssieg, und noch das letzte Spiel, was terminiert wurde, Spieltag 30, 21.4., Sonntags, 15.30 Uhr, auswärts in Bremen, und da kam natürlich direkt, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen Aufregung rein, äh, wegen den Terminierungen, ne, Thema Sonntagsspiele vor allem, und Thema, wir wollen halt Samstag 15.30 haben, oder wollen die meisten Fans haben, Samstag 15.30, gesagt, der Termin schlechthin, das ist, das ist Bundesliga, Samstag 15.30, ne, ähm, muss man da in der Hinsicht sagen, ich kann die Aufregung jetzt im, im weiteren Sinne nicht verstehen, ähm, klar, ich verstehe, dass Bremen kacke ist, Bremen auswärts auf den Sonntag, ist wirklich scheiße, das verstehe ich 100%, wer da hinfahren will, ist kacke, ähm, hatte ich eh nicht wirklich geplant, deswegen betrifft es jetzt mich zumindest nicht, deswegen auch eben meine Haltungen ein bisschen anders wahrscheinlich, aber für die, die hinfahren wollen, wollten, ist absolut kacke, ist klar, ähm, man muss eben auch so sehen, dass wir halt mittlerweile eine Spitzenmannschaft sind in der Bundesliga, dass wir mittlerweile eine Mannschaft sind, die auch schon eine von sich aus die Einschaltquoten bringt, ne, muss man auch nicht drum herum reden, wenn wir es am Sonntagnachmittag zu Hause gegen Heidenheim spielen, dann wurde das Spiel auf Sonntag gelegt, nicht wegen Heidenheim, sondern weil wir die Einschaltquoten bringen, ne, es werden ja Mannschaften oder Partien auf Samstag 15.30 gelegt, wo du weißt, oder aktuell wird es zumindest so getan, was schade ist, aber so ist es halt leider in der Konferenz aktuell, ähm, und auch danach wird natürlich auch der Spielplan gelegt, nach Einschaltquoten, jetzt nicht unbedingt nach Fan, ähm, ja, Fan orientiert, wo die hinfahren müssen, Reisen und Tag und so, Entfernung, ne, ist auch kacke, aber so ist es halt leider, ähm, deswegen Konferenzen mal durchguckst, da sind halt Spiele dabei, wo du genau weißt, wenn ich das Spiel, was jetzt Samstag 15.30 angesetzt ist, auf Sonntag 15.30 Einzelspiel setze, das zieht die Einschaltquoten nicht, deswegen werden einfach ganz viel Spiel zusammengelegt, auf Samstag 15.30, ähm, damit du eben, ja, in die Konferenz reingeschoben, weil du weißt, die würden als Einzelspiel nichts wirklich groß hergeben, und an den Bremen-Spieltag auch mal reingeschaut, gibt's auch nicht viel mehr, was du auf den Sonntag als Einzelspiel legen kannst, also wenn du in die Konferenz guckst, am Samstag 15.30, da gibt's nicht viel, nicht wirklich irgendwie großartig ein Spiel, wo du sagst, ach gut, das hätte man auch lieber auf den Sonntag legen können, das kriegt selber auch Einschaltquote hin, im Vergleich eben zu so einem Traditionsduell, mit eben auch aktuell Bremen auf Europakurs, oder möglichen Europakurs, wir auf Europakurs auf jeden Fall, natürlich zählt das eben viel mehr Einschaltquote, ist Kacke für die Fans, auch das kann man kritisch sehen, aber ist halt eben aktuell so, plus, deswegen kann man auch so ein bisschen diese Ansetzungen ja fast als Lob sehen, jetzt haben wir ja nochmal Topspiele draufbekommen, mit Dortmund und mit Frankfurt, dazu werden wir jetzt auch noch Topspiele, Wolfsburg ist Topspiel, Hoffenheim ist Topspiel, so Geschichten, später danach kommt natürlich auch noch Leverkusen, Bayern kommt noch, wir könnten wirklich sehr, sehr viele Topspiele noch bekommen, bis Ende der Saison jetzt in Summe, und eben da auch mal generell, dann eben das Argument, was eben viele wollen, Samstag 1530 ist das Geiste, das hatten wir echt oft, ich habe jetzt nicht den Vergleich zu anderen Vereinen, muss ich ehrlich sagen, aber die gab es ja immer wieder, die Tabellen, sag ich mal, wer wie viele Samstagsspiele hatte, wer wie viele Sonntagsspiele hatte, wir dürften da sehr, sehr weit oben dabei sein, was Samstagsspiele angeht, haben wir geschaut, wie gesagt, es sind jetzt 30 Spiele angesetzt, 30 Stück sind angesetzt, noch nicht gespielt, aber 30 sind angesetzt jetzt schon, von den 34, und von den Spielen, haben wir 19 Mal, den Samstag bekommen, 19 Mal von 30, 6 Mal davon, waren 18.30 Spiele, wie gesagt, auch da, vielleicht von der Uhrzeit her, keine Ahnung, ich sehe es jetzt nicht so dramatisch, oder nicht den dramatischen Unterschied, zwischen Samstag 15.30, und Samstag 18.30, nehme ich das auch nicht wirklich, als Negativbeispiel, als Negativargument hin, dass ein Samstag 18.30 Spiel, um Welten schlimmer ist, als Samstag 15.30, überhaupt nicht, dreimal Freitag, sieben Mal Sonntag, und eben einmal dieses Ding, wo ja alle das hatten, einmal Mittwoch, dieses Augsburg-Spiel, da kurz vor Weihnachten, auch da nochmal tiefer reingegangen, 19 Mal Samstag, davon waren es neun Heimspiele, und zehn Auswärtsspiele, sechs Mal waren es ja 18.30, das waren zwei Heimspiele, und vier Mal auswärts, freitags, was ja auch nicht so beliebt ist, im Vergleich zu Samstag, waren es immerhin von den drei Spielen, zweimal zu Hause, einmal auswärts, wo ich auch generell sagen würde, klar, es gibt auch genug Leute, die auch für Heimspiele eine längere Anreise haben, ist klar, aber vom Ding her, kannst dich glaube ich, weniger über einen Sonntag, wie jetzt Heidenheim auch, weniger über einen Sonntag 17.30 Spiel aufregen, wenn es zu Hause ist, als auswärts, ist ja auch irgendwie klar, Sonntag auch das, sieben Mal Sonntagsspiele, dreimal zu Hause, vier Mal auswärts, und eben Mittwochspiel, und das eine Mittwochspiel, war ja auch noch ein Heimspiel, da konnten sich die Augsburg-Fans sicher mehr drüber beschweren, als wir, von dem her, klar, das Bremen-Spiel in dem Fall, kann ich verstehen, wir hatten jetzt vier Mal auswärts am Sonntag, das war ja dann das Bremen-Spiel, was wir jetzt haben, wir hatten auswärts noch Gladbach, was natürlich ein bisschen Kacke war, für die Anreise, das war auch, ich glaube 17.30 Spiel, das war ein bisschen doof, die Bayern waren auch ein bisschen doof, 19.30, aber immerhin verhältnismäßig nah, im Vergleich zu Bremen jetzt, natürlich auch das Kacke gewesen, 19.30 Anpfiff auf den Sonntagabend, und Heidenheim war glaube ich das letzte noch, das vierte Auswärtsspiel am Sonntag, war glaube ich auch 17.30, aber da kann es ja Heidenheim, was sind denn das, 50 Minuten von Stuttgart oder so, eine Stunde, also da kann es auch verhältnismäßig nicht so krass meckern, sage ich mal. Deswegen, ich kann es verstehen, ich kann es verstehen, dass man sich aufregt über das Bremen-Spiel, aber sonst, das will ich damit eigentlich sagen, kurz runtergebrochen, auf die komplette Saison gesehen, dürfen wir uns nicht groß über Ansetzungen beschweren, sage ich mal, gab es ja wirklich gefühlt vier Stück oder so, wenn man jetzt vor allem auf die Sonntagsspiele geht, vier Stück, oder wenn man es Freitagabendspielen dazu nimmt, vier, fünf Stück, die aus 30 Spieltagen Kacke waren, vier, fünf Stück, die aus 30 Spieltagen Kacke waren, da kann man sich glaube ich nicht so riesig groß beschweren, da gibt es glaube ich andere Vereine, die sich deutlich mehr beschweren dürften, was die Ansetzung angeht, plus, ich glaube das will ich vor allem noch hier mit rausnehmen, aus dem Punkt, ist eben, dass wir das halt tatsächlich als, ja, ehrlicherweise als eine Art Lob sehen können, wir sind mittlerweile halt eine Spitzenmannschaft, wir bringen sowieso generell immer schon mehr Einschaltquoten als Hoffenheim und Co., ist ja eh klar, aber eben jetzt auch als Spitzenmannschaft, kriegst du eben solche Spiele, Topspiel in Wolfsburg, das ist nicht auf 1830 angesetzt, Einzelspiel, weil Wolfsburg so geil ist, sondern weil wir in der Partie drin sind, Heidenheim, Samstagabend gegen Heidenheim, äh, Sonntagabend gegen Heidenheim, sorry, wird auch auf ein Einzelspiel angelegt, weil du weißt, VfB Einzelspiel, Platz 3, das zieht, Heidenheim auch eine coole Saison, gibt natürlich auch von dem ein paar, die zugucken, ne, so Geschichten, Bremen, da kannst du eben noch ein bisschen mehr sagen, dass eben Bremen selber auch Einschaltquote mitbringt, auch das sowieso, Traditionsverein und so weiter, aber eben auch wir mit drin, es bringt eben Einschaltquote, Top-Mannschaften auf Einzelspiele zu legen, klappt eben besser als jetzt Darmstadt gegen Augsburg, ne, ist auch ganz klar, deswegen, das ist eben auch das, was so ein bisschen mitkommt, wenn du attraktiver bist in der Liga, auch allein tabellarisch, eben auch da, Spitzenteam bis in der Liga, Platz 3 aktuell, das kommt damit einher, deswegen, kurz gebrochen, können sich glaube ich nichts aufregen, was die komplette Saison betrifft, was die kompletten 30 Spieltage betrifft, auf die 4, 5 Einzelfälle, klar, bin ich auch voll dabei, aber auch am Ende des Tages kannst du es fast als Lob ansehen, wie wir da aktuell angesetzt werden, machen wir weiter, mit dem Thema, wo ich mich ganz klar am schwierigsten mit tun werde, wie auch schon angekündigt, auf meine Art und Weise quasi damit umgehen werde, ist nämlich der, den Punkt, den ich hier ganz, ganz nett in meinen Notizen als VfB-Vereinspolitik-Kack mir aufgeschrieben habe, weil, ich glaube, das ist auch bekannt von mir, ich bin nicht so tief drin in Vereinspolitik und will das gleichermaßen auch nicht wirklich sein, sag ich mal, auch das kann man negativ sehen, so wenn man Fan ist, soll man über alles Bescheid wissen, wie auch immer, bin da nicht so tief drin, ist einfach so, mir geht es immer noch hauptsächlich um Sportliche, was den Verein angeht und eben auch was, das angeht, was ich hier mache, sportlicher Fokus, News und so Geschichten, die eben jetzt nicht so tief ins Vereinsleben reingehen, beziehungsweise vor allem eben in die Vereinspolitik, weil ich da auch von Organigrammen und was weiß ich, ja, einfach nicht tief genug drin bin, nicht genug Ahnung davon habe, aber man muss es halt mit reinnehmen, weil es ist eben aktuell wieder was los beim VfB in Sachen Aufsichtsrat, deswegen versuche ich hier, natürlich wird auch vielleicht hier und da ein bisschen Meinung mit reinkommen, die ich eben so ein bisschen mir machen konnte, durch das, was ich mitbekommen habe, aber ich versuche vor allem einfach darzustellen, was eben jetzt aktuell passiert, zusammenzufassen, wie auch immer, weil es geht um Aufsichtsrat, das waren so die ersten Geschichten, die rauskamen, vom Business Insider war das, dass sich da was tun könnte im Aufsichtsrat, der ja in der AG drin ist, also ist ja kein EV-Thema, sondern in der AG drin ist und da ist ja aktuell Vereinspräsident Klaus Vogt an der Spitze, weil der EV-Präsident, der gewählte EV-Präsident, auch der Aufsichtsratsvorsitzende im Aufsichtsrat ist, da kommt dann eben jetzt mit Porsche, kommen neue mit rein, das ist auch wohl schon klar gewesen, seitdem sie quasi ja hier angefangen haben, hier übernommen haben oder hier eben, ja, jetzt drin sind als Investor, dass sie eben da Plätze bekommen im Aufsichtsrat, war da wohl damit auch schon klar mit der Übernahme damals von den Prozenten, aber was da jetzt eben noch mit rauskam, ist, dass die vielleicht noch ein bisschen mehr machen wollen in diesem Aufsichtsrat, nämlich Klaus Vogt, der ja generell, ich sag mal, wie soll man es formulieren, das ist schwierig, weil wenn du online liest, wenn du Twitter und so Geschichten liest oder auch Artikel liest, kommt immer wieder raus, yo, schwierige Führungsperson, nicht so entscheidungsfreudig und so weiter, nicht so beliebt, so Leute wie jetzt eben auch Porsche, wo man jetzt zumindest mal nachsagen kann, die haben Kompetenzen, so Geschichten, die da immer wieder drauf gucken, eben jetzt auch aktuell drauf gucken, was eben jetzt auch aktuell berichtet wird, da immer wieder, sind nicht so Fan davon und würden ihm gern ein bisschen die Macht entnehmen, weil sie ihn nicht so wirklich als würdig sehen und so Geschichten, jetzt kommt er immer wieder raus, vor allem online, auch viel Kontrafog, gibt es ja schon seit Ewigkeiten, schon lange da, der Mann, auch in dieser Hitzesberger Thematik damals und so weiter, aber wenn du dann auf Mitgliedsversammlungen schaust, Präsidentschaftswahl hat er gewonnen, Abwahl, weiß ich auch letztes Jahr, Abwahlantrag auf der MV wurde groß gemacht und boah, könnte das passieren? Nee, der wurde auch da eindeutig nicht abgewählt, auch da kannst du immer sagen, jo, es sind halt auch nur ein paar tausend Mitglieder, die immer da sind, kann er aber auch nichts für, da müssen einfach mehr Leute kommen, die ihn abwählen wollen auf der MV, also vom Ding her, online wirkt so, als könnte ihm keiner ausstehen oder als wären die meisten eher negativ oder eher skeptisch ihm gegenüber, was so online kommt, was in Artikeln wieder kommt, aber dann in der Praxis, in echt, bei den Mitgliedsversammlungen, wo es dann eben entschieden wird, kriegt er die Stimmen, kriegt er das Ja zum Präsidenten, kriegt er das Nein, er soll nicht abgewählt werden, deswegen, auch das, dann ist es eben aktuell derjenige, der demokratisch gewählt ist bei uns da oben an der Spitze und das ist so und das ist dann eben auch so demokratisch dann zu akzeptieren, sag ich mal, man ging ja sogar noch eben in den zweiten Schritt weiter, neben dem, dass er als Präsident gewählt, bestätigt ist, sondern eben auch noch einen Abwahlantrag überstanden hat, ist das eben dann da, in der Hinsicht zu akzeptieren, demokratisch, ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich ja auch nicht so tief drin bin, ganz einfach, dass ich weder Pro- noch Kontra-Vogt bin, dafür weiß ich zu wenig, dafür weiß ich auch zu wenig, was man wo, wem Glauben schenken kann, in der Hinsicht, ist er jetzt, ja, nicht entscheidungsfreudig, ist er jetzt eine Fehlbesetzung oder ist das vielleicht doch nicht, ähm, ja, kann ich einfach alles nicht gut genug bewerten, deswegen bin ich weder Pro- noch Kontra, lese mir das Zeug durch und lese mir das meistens recht neutral durch, sag ich mal, und schaue eben auf, ja, keine Ahnung, auf Satzungen und auf Geschichten, die eben dann offiziell sind, mehr auf Positionen als auf Personen, da kommen wir auch nachher nochmal drauf, ähm, weil hier wurde eben in der ersten Linie ein bisschen berichtet, jo, vielleicht will man ihn da sogar in der Hinsicht stürzen und einen von Porsche zum Beispiel, ne, zum Beispiel, ähm, auf den, äh, Aufsichtsrat-Vorsitz setzen, das, äh, ja, soll eben doch nicht passieren, kam die nächste Nachricht auch wieder von Business Insider, ähm, gab wohl hier das Zitat, nach intensiven Gesprächen mit Klaus Vogt und den Mitgliedern des Aufsichtsrates möchte Porsche, wie von Klaus Vogt zugesagt, einen Neuanfang im Aufsichtsrat mit einem neuen Aufsichtsrat-Vorsitzenden, der idealerweise aus dem Kreis der vom EV gestellten Aufsichtsrat-Mitglieder stammen sollte, Porsche strebt die Übernahme des Aufsichtsrat-Vorsitzes nicht an. Damit wäre ich auch schon ein Tacken beruhigter, äh, weil du immer das Thema hast mit Investor und wie viel Macht haben die, weil, ne, offiziell von den Prozentzahlen, was wir übernommen haben, kommen wir auch nach, vielleicht noch mal kurz mit drauf, glaube ich, ähm, wenn ich hier meine Tabs so anschaue, vor mir, meine Links und so weiter vor mir anschaue, ähm, immer so ein Thema, ne, wie viel Macht haben die, wie viel Macht haben die offiziell, weil offiziell natürlich 50 plus 1 locker bei uns noch gehalten und so Geschichten, aber wie viel Macht haben sie am Ende des Tages dann dort, wo sie drin sitzen, ne, im Aufsichtsrat jetzt hier zum Beispiel, wo es ja hier vor allem, äh, drum geht, ähm, und da finde ich es wichtig dann, dass es dann nicht heißt, jo, oder dass es hier so wie es klingt, so wie es rausklingt, heißt, wir finden Vogt vielleicht nicht so geil, aber wir wollen jetzt hier nicht auf einmal Aufsichtsrat-Vorsitzender werden, sondern einfach jemand anderen da hinsetzen, der es vielleicht nach unserer Einsicht besser kann, und da muss man sagen, ey, von mir aus, hört es euch an, von mir aus kann man sich es anhören, weil die von Porsche werden natürlich auch nicht irgendwie der Hergelaufenen sein, ne, die, die haben schon Erfahrung, ne, in so einem Riesending wie Porsche werden die auch ihre Qualitäten haben, ne, ist ja auch ihre Expertise haben, ist ja auch ganz klar, das sollen sie ja auch vor allem einbringen, wenn sie da drin sind, ähm, Expertise, Beratung und so weiter, ne, anderer Blick auf die Dinge, ähm, das sollen sie ja vor allem einbringen, viel mehr als da jetzt irgendwas zu steuern, sag ich mal, ähm, deswegen, ich glaube da, das war auch sehr viel mitgliedern wichtig, haben auch die VfB-Fans ja so, ähm, mal, gebracht in der, in der Kurve, glaube ich, ähm, auch mit Plakaten und so Geschichten, dass eben dieser Aufsichtsrat Vorsitz von jemandem besetzt sein sollte, der eben auch von den Mitgliedern im EV gewählt wurde, ne, und das soll ja hier, wie es so drinsteht, zumindest mal im ersten, im ersten Schritt auch so sein, ne, vielleicht nicht Vogt, aber eben jemand anderes, der gewählt wurde, ähm, zum Beispiel Rainer Adrian, zum Beispiel Christian Riedmüller, die da Möglichkeiten wären, ähm, auch hier interessant, ne, Vogt bezieht sich da, eben auch in Richtung Mitglieder und vielleicht auch so ein bisschen aus dem Thema raus, dass wir jetzt rund um den DFL-Investor, äh, Investor hatten, kann man vielleicht auch da so ein bisschen rausziehen, wie wichtig oder, ja, dass man schon früher, in früheren Schritten, ähm, an die Fans herantreten sollte, haben sie vielleicht da auch ein bisschen als, als das rausgezogen, weil, das wurde zumindest von Sky berichtet, ähm, dass, äh, Vogt sein Amt dann nicht niederlegen will, seine Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender nicht niederlegen will, ähm, bevor das nicht die Fans, die Mitglieder, ähm, beschlossen haben quasi, oder zumindest mal befragt wurden. Das ist so das Zitat, ähm, dass es nicht, äh, hinlegen will, äh, solange die VfB-Mitglieder nicht dazu befragt worden sind. Ähm, ähm, dazu gäbe es auch wohl eine Möglichkeit, die nicht bindend ist, aber zumindest eben die, den Teil der Befragung, dann wäre abgeschlossen, weil Befragungen außerhalb der Mitgliederversammlung hat hier einer gepostet auf Twitter, wie gesagt, da bin ich überhaupt nicht drin, das ist wieder so ein Satzungsding und, ja, Gesetzeszeichen und was weiß ich, nicht alles, ne, aber es gibt wohl Möglichkeiten, die Mitglieder außerhalb von der Mitgliederversammlung zu befragen, ne, elektronisch, man kann dann über, ja, die E-Mails und so Geschichten dann eben, äh, abstimmen, wie gesagt, das ist nicht bindend dann, wenn ich das hier richtig verstehe, ne, also nicht bindend, sondern aber eben einfach ein Meinungsbild, ne, und das würde ja in dem Sinne reichen, mach eine elektronische Aus, äh, elektronische Umfrage und dann kriegst du dein Bild, ob sie wollen, dass Vogt da weg ist oder nicht, ähm, die Frage, ob sie sowas machen würden, aber die Möglichkeit dazu gibt es zumindest mal, ähm, und eben auch die Fans, weil ich es vorhin schon angesprochen habe, hatten ja genau das auch eben schon auf ihren, äh, Transparenten stehen, ne, Investoren in die Schranken weisen, der AR-Vorsitz, jetzt also Aufsichtsratsvorsitz bleibt beim e.V., ne, also das ist auch das vor allem, was, glaube ich, so mit am meisten für Aufregung gesorgt hat, neben diesem Nebeneffekt von, ja, guck mal, der Vogt schon wieder, ne, ne, die, die Ecke halt eben, ähm, die Kontra-Vogt-Ecke, sag ich mal, die wieder hoch kam, ging es, glaube ich, vor allem darum, dass du sagst, wow, okay, Porsche kommt, kriegen ihre Sitze, ist in Ordnung, aber mehr im Aufsichtsrat muss nicht sein, ne, weil nur weil sie jetzt offiziell nicht viel Mitspracherecht haben und 50 plus 1 und dies und das, haben sie jetzt trotzdem eben auch im Aufsichtsrat dann doch ein paar, paar Sitze, ne, ein bisschen Mitspracherecht und dann müssen sie nicht auch noch direkt, ähm, ja, den Führungswechsel hier anstreben und direkt den, den, den Vorsitz haben, was sie ja, was so berichtet wurde, ja, auch nicht haben wollen, aber darum ging es vor allem, dass du guckst, ey, das wurde uns versprochen, weil es ist ja auch das Thema, das wurde versprochen, wohl rund um die Mitgliedsversammlung oder rund um die, ähm, MV damals zur Ausgliederung, 2016, noch unter Wolfgang Dietrich, wurde versprochen, dass der gewählte, e.V., eingetragener Verein, Präsident, auch der, äh, Aufsichtsratsvorsitzende in der AG ist. Das ist wohl nirgends festgehalten, nirgends schriftlich, ne, nirgends bindend, aber eben versprochen worden, das heißt, so wird es auch da, acht Jahre danach, auf einmal irgendein Versprechen brechen und ich finde auch da, ist dann eben das Thema, Mitglieder mit reinnehmen, Mitglieder befragen, durchaus auch, ja, notwendig dann in dem Sinne, weil wenn ja irgendwas, die, die Ausgliederung war ja eh schon schwierig und manche fanden es nicht gut, immer noch ein schwieriges Thema, ähm, ja, Vereine auszugliedern, auch noch nicht alle getan, glaube ich, noch nicht alle Vereine getan, die meisten schon, aber eben auch in so einem großen Ding dann eben auch so Versprechen zu bekommen, die dann irgendwann später gebrochen werden, da sollte man, glaube ich, schon dann auch im Sinne von, dem Vertrauen der Mitglieder in den Verein und so weiter und so fort, die dann auch befragen, ne, wenn du so, so große Entscheidungen triffst, wie gesagt, nichts Bindendes, aber eben ein großes Versprechen auf einmal brichst, ähm, das, glaube ich, auch die meisten Fans, zumindest online, ne, die meisten Fans auch so haben wollen, wie es eben ist, dass der EV-Präsident auch da eine Rolle spielt oder zumindest EV-Gewählte die größte Rolle spielen in diesem Aufsichtsrat, ne, muss ich Präsident sein, wie gesagt, mehr in Positionen denken als in Personen, finde ich den besten Leitsatz, ähm, und auch da kommen wieder ein paar andere Themen auf, ne, Thema, äh, Thema Investor, wir haben es, glaube ich, die meisten fanden es, glaube ich, cool, ne, Porsche, Mercedes, MAP, Weltmarkenbündnis, bla bla bla, aber es ist halt wie immer, ein Investor, der von mir aus jetzt nicht die größten Geldabsichten hat, will dann aber zumindest mitreden, ne, keiner verschenkt hier sein Geld, kein Investor verschenkt hier sein Geld, ähm, und auch hier kann dann eben raus, die zweite Überweisung, weil die erste Dranche kam ja oder sollte schon gekommen sein, irgendwie so, eine zweite folgt dann noch, aber hier, Zitat, die zweite Überweisung ist an Voraussetzungen geknüpft, als Drohkulisse für den VfB, will der Sportwagenhersteller das nicht verstanden wissen, wohl aber als Hinweis dafür, dass er sich nicht ausbremsen lassen will, wenn es an die Umsetzung der Vereinbarungen geht. Kann man so sehen, manche haben es auch schon als Erpressung betitelt, finde ich eigentlich auch eine ganz nette Schärfe in das Thema rein, ähm, weil auch da nochmal keiner verschenkt sein Geld, ne, das liest sich alles super, Porsche, Mercedes, Weltwagenbündnis, ne, sind wenigstens, ist was anderes, als wenn da irgendein Saudi-Arabischer kommt, ne, brauchen wir nicht drüber reden, ist auch nochmal nicht vergleichbar mit dem, dem Ding bei der DFL vor kurzem, ähm, immer noch besser, jemanden wie Porsche da zu haben, Mercedes da zu haben, die zumindest eine örtliche Nähe haben, irgendwie eine Nähe zum Verein haben, auch die sind alle schon dick investiert oder werden in, kriegen Geld aus, ja, zwielichtigen, äh, Ecken, sag ich mal, oder aus Ecken, die man nicht so geil finden kann, ähm, aber zumindest noch was anderes und ich finde es auch weiterhin gar nicht mal, gar nicht schlecht und irgendwie auch eine coole Idee damals gewesen, das Ding, aber auch da mal gucken, wie viel Shitshow das noch wird, wie viel da noch kommt, wie viel Porsche da noch will, ähm, ja, wie viel da schon festgelegt wurde, ne, wie viel man sich eben dann doch dem Investor, in der Hinsicht beugen muss oder dem eben doch mehr Einfluss schenken muss, als man vielleicht will, als Mitglied vor allem, ähm, oder als, ja, Traditions-Fan, wie auch immer, keine Ahnung, als EV-Fan, keine Ahnung, ähm, weil hier Drohkulisse und sowas, ist schon schwierig, ne, vielleicht soll man nicht so weit gehen beim Thema Erpressung so, aber natürlich schon schwierig, wenn es heißt, die ist an Voraussetzungen geknüpft und so Geschichten, die ja wahrscheinlich auch sicher auch schon feststehen und sowas, ne, ähm, deswegen auch da Aufsichtsrat, äh, Aufsichtsrat, was wir gerade als Thema hatten, die kamen schon zwei Positionen, vielleicht wollen sie ja auch, ne, aktuell verstanden ist es nicht wollen, ne, aktuell war ja jetzt ja auch, kommen wir auch gleich dazu, war jetzt ja auch, äh, erst gestern am Donnerstag, ähm, war jetzt ja erst, ähm, die Sitzung da, wo eben diese zwei Posten offiziell bestätigt wurden, ähm, äh, aber, ne, die Wahlen unserer Geschichten kommen wohl noch später, deswegen vielleicht auch da, nochmal neuer Vorstoß, und auf einmal hast du einen von Porsche als Aufsichtsrat Vorsitzenden, ich glaube, das ist nicht so ganz die Vorstellung von den meisten Mitgliedern, ähm, ähm, dass das am Ende des Tages dann auf einmal so aussieht, ähm, und auch hier nochmal Vertikalpass dasselbe geschrieben mit, nicht in Person, sondern in Positionen denken, ähm, und ich glaube, die meisten Fans werden zumindest mal leicht beruhigt, wenn der EV, wenn quasi auch sie dann im weitesten Sinne als eben die, die denjenigen in den EV gewählt haben auf einer Mitgliederversammlung, die Leute da doch noch mehr Einfluss haben auf, äh, im Aufsichtsrat im, ja, ausgeliebten, äh, in der ausgeliebten AG als irgendwelche Porsche, keine Ahnung was, CEOs, CFOs, wie auch immer der ganze Quatsch da immer heißt, ähm, noch da muss man natürlich auch generell wieder fragen oder das generell überlegen, wie geil sowas ist, ne, weil hier schreibt auch natürlich einer, dass man den Porsche-Einstieg schon alleine mit, ja, gerade so, ne, mit, mit Hängen und Würgen gerade so durchgedrückt hat von Kartellamt und DFL und jetzt auf einmal knallt es direkt nur mit den, mit den ersten Schritten, mit den ersten, ja, beim ersten Eintreten von Porsche, so richtig in den Verein, ähm, knallt es direkt plus, das ist glaube ich, das größere Thema, das, das überdeckende Thema, ganz generell, ähm, weil, es nervt einfach, es nervt einfach, wir hatten Hitz und Vogt, wir hatten die Geschichte um, ja, was weiß ich, was waren da alle beteiligt, Werle, Misslind hat im weitesten Sinne, du kommst hier nicht aus ohne Machtkampf, es ist so nervig, es ist so nervig, natürlich sind es nicht nur wir, ne, aber der Standort Stuttgart ist ja so fucking nervig, es ist ja unglaublich, du spielst eine Saison, du spielst die beste Saison, also Saisonstart nach 23 Spieltagen, die beste Saison des VfB Stuttgart in der Bundesliga-Historie, die beste Punktzahl und trotzdem muss im Hintergrund wieder irgendeine Shitshow laufen, irgendwelche Machtgeschichten laufen, es nervt nur noch, es fuckt nur noch ab, wirklich, du könntest hier, ne Invincible-Saison spielen, du könntest hier das Triple holen, das Sextupel holen mit dem VfB, trotzdem würden sich immer noch irgendwelche Leute gegenseitig in irgendwelchen, was weiß ich, AGs, Aufsichtsrat, ist mir alles egal, würden sie sich trotzdem wieder irgendwie irgendwo gegenseitig ans Bein pissen, es nervt nur noch, es nervt nur noch und es ist ja wirklich auch alles wieder nicht im Sinne des Vereins, fertig aus, es ist nicht im Sinne des Vereins, nicht im Sinne von der Ruhe im Verein, diese ganzen Hintergrundgeschichten natürlich auch immer groß aufgebauscht werden, dann logischerweise in, ja, Meinungen dazu, in Berichten dazu und so weiter und so fort, dass damit kann ich es auch in der Form von, mir ist der Fußball wichtiger als das, was im Hintergrund passiert, kann man es glaube ich zusammenfassen, es einfach nervt, es nervt einfach so, Thematik bin ich nicht tief genug drin, um das groß bewerten zu können, was da jetzt besser ist, was da jetzt schlechter ist, wie gesagt, auch hier konnte ich es einfach gerade nur ein bisschen berichten mit ein bisschen eigener Meinung und ein bisschen Meinung dann eben ausgehend von den Berichten, ausgehend von Meinungen von VfB-Fans, möglichen und so weiter, das ist, aber am Ende des Tages nervt es einfach nur, rafft euch zusammen, weil alles andere hilft diesem Verein nicht, so, fertig aus, kam jetzt dann eben auch offiziell das Thema, Lutz Meschke und Albrecht Reimold von der Porsche AG zählen ab sofort zum Aufsichtsrat der VfB-Skott 1893 AG, der auf elf Sitze erweitert worden ist, da auch kurz Shoutout an den STR-Podcast, der jetzt ja offiziell VfB-Podcast ist, die haben auch ein bisschen drüber gequatscht, da gerne reinhören, da ist ein bisschen mehr Expertise drin, als von mir hier, muss ich auch ganz klar so sagen, zu dem Thema Aufsichtsrat und wenn da alles reinkommt, was eben auch gesagt wurde, dass wir einen verdammt großen Aufsichtsrat haben, also es ist wohl wirklich in der Bundesliga vergleichsweise ein sehr, sehr großer mit elf Sitzen und ich habe die Prozentzahl nicht mehr genau im Kopf, aber Ricky hat es auch rausgearbeitet, wenn er jetzt eben Porsche drin hockt mit irgendwie zwei Leuten und so Geschichten, dass das dann eben ja mehr Prozente sind davor mit diesem aufgestockten Aufsichtsrat, mehr Prozente sind für den Investor in Sachen Sitze im Aufsichtsrat als davor, also damit auch so ein bisschen mehr Einflussnahme ist als davor, worauf man eben auch perspektivisch ein bisschen achten sollte. Hier ist noch Klaus Vogt dabei als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender, wird ja auch nochmal genannt, begrüßt die beiden offiziell im Gremium, ja bedankt sich für das strategische Engagement von Porsche im Rahmen unseres Weltmarkenbündnisses und freut sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit im Sinne vom VfB, unseres VfB, sagt er, 0815 Aussage, aber noch ist er zumindest mit am Start, mal gucken, wie das noch aussieht, ob das Thema nochmal aufgerollt wird, ihn da in der Hinsicht irgendwie rauszubekommen oder so, wer da jetzt dann drin bleibt, wer den Vorsitz macht irgendwann, müssen wir alles gucken, alles in Zukunft dann, hier nochmal kurz der Rückblick, eben Porsche hat ja im ersten Schritt 5,400 Prozent der Anteile der VfB AG, erworben, zweite Tranche 5,20 Prozent, das heißt, nach dem Abschluss hält der VfB e.V., also VfB, ja, eingetragener Verein, Mitglieder, 78,2 Prozent der Anteile weiterhin, auf die Mercedes Group AG und die Porsche AG entfallen jeweils 10,4 Prozent, auf die Jaco AG 1 Prozent der Anteile und eben, das war ja, glaube ich, preislich irgendwo in diesem Bereich von 40 Millionen, bisschen mehr, irgendwie 41,5 oder so, was schwebt mir gerade im Kopf von der ersten, von dem Ding, glaube ich, insgesamt, oder war es die erste Tranche, eins von beiden auf jeden Fall und eben die zweite Tranche soll dann eben auch nochmal dann später kommen, ich glaube, Richtung Sommer war das, glaube ich, habe ich, glaube ich, im Kopf, das sind so nochmal die Zahlen zu dem Thema und auch da hat nochmal Ricky, auch Ricky was gesagt zu dem Thema 100 Millionen und sowas, weil oft die Schlagzeile war 100 Millionen und so Geschichten, also 40 Millionen sind quasi für die Übernahme und 60 Millionen dann quasi Sponsoring und das ja auch nochmal, haben wir auch schon oft angesprochen, das ist ja nicht irgendwie 100 Millionen ist dieses Transferfenster und wir holen die großen Transferleute, die großen Neuzugänge in unserer Geschichten, sondern es ist ja, wie es auch Vogt gesagt hat, es ist ja strategisch, das ist ein bisschen für die Stärkung vom Verein einfach selber, vom Eigenkapitalen mäßig, von der Grundlage, aber eben vor allem für den Nachwuchs, engagiert sich im Nachwuchs, sitzt jetzt eben auch dann eben im Aufsichtsrat, auch hier schon, stand mit dran, dass eben zwei Sitze, dass wir zwei Sitze bekommen, hier 26. Januar, als das Ding offiziell wurde, offiziell finalisiert wurde, stand auch da schon drin, zwei Sitze im Aufsichtsrat der AG, bekommen sie und jetzt mal abwarten, wie groß die Shitshow weiterhin wird und wie viel darüber hinaus sie noch bekommen vielleicht an Macht, an was weiß ich was, im Vergleich zu den zwei oder im Zusatz zu diesen zwei Plätzen im Aufsichtsrat der ausgeliebten AG. So, letzter Punkt ist noch, noch hier nochmal Werbung, aber zu Recht auch Werbung bin ich ja, wie gesagt, du bist ja ja mit am Start bei meinen VfB und da hatten wir jetzt wirklich einen geilen Gast, hat man am Dienstag gemacht und am Mittwoch hochgeladen, Video-Podcast, wollen ja auch mal viele haben, da haben wir es auch mal geliefert, Video-Podcast mit Timo Gebhardt, sich hingesetzt, Philipp und Christian mit Timo Gebhardt gequatscht, Stunde 14, das Ding lang, wirklich geiles Gespräch gewesen, coole Nummer geworden, deswegen, wer das angucken will, gerne auf YouTube, gibt es es schon, ich glaube am Sonntag gehen wir damit raus, auch für Spotify, wer sich als Podcast runterladen will oder generell überall, Spotify nur ein Beispiel, gehen wir am Sonntag damit raus, deswegen erstmal noch YouTube exklusiv, gerne reingucken, eben auch mit Video, mit Gebhardt und so weiter in Bewegtbild, sehr geile Nummer, Gebhardt, entspannter Typ gewesen, wirklich cooler Typ, cooles Gespräch, über seine Karriere, vor allem eben über das Barca-Spiel, wo er die Flanke gegeben hat zum 1-0 durch Kakao, gegen Barca, das 1-1 da vor 14 Jahren, das letzte Mal Champions League für den VfB, hoffentlich das letzte Mal bis zum Sommer, mal gucken, wie wir die Saison beenden, aber das war eine geile Folge gewesen und auch hier wieder, habe ich schon gesagt, auch schon bei Köln, werde ich es nachher nochmal sagen, auch bei Wolfsburg, Einspieler und so weiter, auch den regulären Podcast gab es, nämlich am Donnerstag wie immer und auch da mit Gast, auch da waren wir vor Ort in Stuttgart, das nur Audio, ganz klassisch, mit Markus Fiedler gesprochen, VfB 2 Trainer, war ich auch mit dabei, haben Chris und Philipp mit ihm gesprochen, drüber, coole Nummer geworden, auch der wirklich cooler Typ, entspannter Typ, guter Part, sage ich mal, Hauptpart der Podcast-Stadt-Folge vom Donnerstag mit dem VfB U21 Trainer und zum Schluss noch der Ausblick auf das Spiel in Wolfsburg, wie gesagt, morgen Samstag 18.30, Top-Spiel der Woche in Wolfsburg, ich wie immer mit dem Stream am Start, der dazu kommen will, sehr, sehr gerne eingeladen auf YouTube, Match-Reaction, ein bisschen Quatschen zum Spiel natürlich, Samstag 18.30, wahrscheinlich so, ja, wie ihr es kennt, 18.15 mäßig Start, ich pause immer auch nochmal auf Instagram raus, YouTube Community Tab raus und so Geschichten, die Ankündigungen, aber auch hier nochmal mit rein. Sonst würde ich immer hier rein starten mit der PK, gibt es aber nicht, gibt es aber nicht, PK entfällt ausnahmsweise mal, gab es wieder Donnerstag noch heute am Freitag, Grund ist ja, Hoeneß im weitesten Sinne einfach, oder seine Erkrankung, hatte eine hartnäckige Magen-Darm-Erkrankung, nicht geil sowas, war wohl auch schon am Samstag nicht ganz 100% fit, deswegen haben auch die Co-Trainer die letzten Einheiten geleitet, mit Kressidlo und Fatih und gab eben auch keine Pressekonferenz mit ihm, auch aus Zeitgründen nicht, aber trotzdem haben wir auch gleich genug mit drin zum Thema, ja, um uns so ein bisschen den Startreflekt herzuleiten oder zum Thema, wie sieht der Kader aktuell aus, ne, ist auch ganz klar und der hat auch nochmal gesagt, Hoeneß, leider wirklich hartnäckige Angelegenheit gewesen, also die Erkrankung, die verhindert hat, dass ich mich im gewohnten Umfang um die Trainingsarbeit kümmern konnte, inzwischen geht es mir deutlich besser, ich habe die vergangenen Tage genutzt, um zu regenerieren, das heißt auch der wird am Samstag am Start sein, für Spiele an der Seite stehen, damit kommen wir auch rein in das Thema, ja, Personalien, hier nochmal mit reingenommen, dass wir auch Jong hier von meinen VfB zum Manifel-Match gemacht haben, vom Spiel in Köln, war ja wirklich auch ein gutes Spiel gemacht, auf jeden Fall, das hat nicht ganz gereicht, fitnessmäßig, nach 64 Minuten raus, auch da muss man leider sagen, auch da, ich habe danach schon ein bisschen drauf rumgehackt, muss mich auch da teilweise wieder ein bisschen, also manche stimmen ja da auch zu, aber auch ein paar sprechen da dagegen, was auch in Ordnung ist, aber natürlich auch, wenn man guckt, gegen wen er ausgewechselt wurde, schon ein bisschen schade gewesen, ich hätte Jong gerne noch ein bisschen mehr gesehen, weil kam ja Silas für ihn dann rein, da war Jong schon deutlich besser am Samstag, jetzt gehen wir mal ganz spezifisch auf Samstag, um da ein bisschen Ruhe reinzubringen, das Thema Silas und warum ich den in Anführungszeichen gerade ein bisschen hate, sage ich mal im weitesten Sinne, aber da hätte ich Jong gerne noch ein bisschen länger gesehen, aber hat wohl fitness technisch nicht ganz gereicht, aber auf jeden Fall der, nach so einer wirklich sehr starken Leistung auffällig, natürlich vielleicht mit dem Endprodukt nicht ganz da, ist ja klar, aber auf jeden Fall gute Partie gemacht, hat er auch nicht so oft bei uns gestartet, jetzt auch so ein bisschen eher im Hintergrund gewesen, hinter den Levelings, Silas, Mios und so weiter und so fort, Asien Cup, deswegen hat es mich sehr gefreut, dass der so gut reinkam, nach der, ja, schon leicht überraschenden Startelf-Nominierung, deswegen auch der muss dadurch durch die Leistung, finde ich, absolut ein Kandidat sein für Samstag, für morgen, für die Startelf, wer auch Kandidat werden könnte, ist Mo Dahoud, weil es war ja, Karasso ist so ein bisschen angeschlagen, Eisbein musste raus, weiß gar nicht, ob er voll trainiert hat, ich glaube nicht 100% voll und da hat auch schon Hoeneß gesagt, die Tendenz geht absolut in die richtige Richtung, es gab schon Gedankenspiele, er ist nicht weit von der Startaufstellung, das war schon rund ums Köln-Spiel, das heißt, am Samstag, wurde auch nochmal so berichtet, könnte er das erste Mal von Beginn an spielen für uns, dann vermutlich, sag ich mal, neben Stiller, ist natürlich immer so die Frage dann, inwieweit du das so ein bisschen aufbrechen willst, dieses Karasso-Stiller-Ding, weil man, Dahoud ist jetzt nicht, ist jetzt kein Karasso, also mehr oder weniger zwei spielende Sechser da, also das ist ein bisschen Thema, ob du es so machst, ob das so die Reingehensweise sein soll dann in Wolfsburg, ob du Dahoud dann doch mehr defensiv zutraust, als man aktuell tut oder auch einem Stiller mehr defensiv Rollen zutraut, als man es aktuell tut, da auf jeden Fall abzuwarten, ob Dahoud vielleicht sogar wirklich in der Startelf spielen könnte und sehr wichtig, das kann dann heute eben, sagt man so ein bisschen als Ersatz zur Pressekonferenz, eine kurze Meldung vom VfB, dass Dennis Undar von Atakan Karasso fit sind, auch natürlich sehr wichtig, das heißt er hat wirklich nur ein Spiel verpasst nach der leichten Verletzung nach Darmstadt, auch das wichtig, auch der hätte im Spiel glaube ich gut getan gegen Köln, jetzt kann er es wieder tun gegen Wolfsburg und auch auf die Rückkehr von Alexander Nöbel darf gehofft werden, der wohl auch ja mittlerweile in einem guten Stand in einer guten Verfassung, das heißt, gucken wir in die Startelfen rein, wahrscheinlich gibt es das Wort gar nicht, ist mir egal, gegen Köln und gegen Darmstadt eben noch davor, weil es vermutlich so ein bisschen ein Mix aus beidem wird, weil, stand jetzt nicht beim VfB mit drin, aber ist ja auch klar, wer auch mit reinkommen könnte wieder, ist Pascal Stenzel, ist wieder frei von der Gelb-Rot-Sperre, die er hatte, noch abzusitzen nach Darmstadt, das heißt hinten, ja, so ein bisschen die Frage, weil du hattest ja dann eben auch eine Mittelschatt, der nicht von Beginn anspielen konnte, ich denke mal, dass es auch der mitgemeint, ist, dass der auch wieder von Beginn anspielen kann, das heißt, Rohe fällt dann vermutlich wieder raus, Bredlow vermutlich auch, setzen wir mal Nübel hinten rein und bleiben klassisch bei diesem 4-2-3-1 und dann, ja, passt du links Mittelstadt normalerweise, dann setzt du I2-Anton, rechts ist so ein bisschen die Frage, stellst du direkt den Stenzel auf, wieder, springst du da vielleicht mal einen Rohe, der ja von Beginn anspielen durfte, gegen Köln, aber eben in der, nicht außen, sondern in der Innenverteidigung, rechter Innenverteidiger, Stärtschuh hast du auch immer noch am Start oder eben der, der gespielt hat gegen Köln, nämlich Wagnoman, also wenn man so ein bisschen eine Ecke rausholen will aus dem Kader, die gerade nicht so perfekt ist von mir aus oder die gesamte Saison so ein bisschen mehr Rotation hat er als links, vor allem ist eben die rechte Seite, ganz klar, auch offensiv wie defensiv, weil auch Wagnoman, den hatte ich glaube so ein bisschen vergessen, fast in meinem, oder muss ich quasi als Text noch dazu packen, weil ich die Notiz übergangen hatte im Spielfazit nach dem Köln-Spiel im Audio-Flog, im Stadion-Audio-Flog, weil der war auch nicht gut, also wirklich nicht, also diese rechte Seite da teilweise, rechte Seite, Wagnoman, Silas, gerade eben auch mit dieser Hoffnung, komm, machen sie es 2-1 noch, komm, letzte Aktion noch, Bälle versprungen, Bälle in den Rücken gespielt, also Wagnoman, Silas auf rechts war teilweise schon echt schlecht, also so, ne, vielleicht bin ich da auch wieder zu hart, aber so habe ich gesehen im Stadion, aus der Stadionwirkung raus, aus der Kurve drauf geschaut, das war nix, das war nicht gut, also Wagnoman, Silas auf rechts, das war keine gute Kombi, beides ein bisschen, keine Ahnung, vor sich her gestolpert da teilweise, ja, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich einen Wagnoman sehen will, also, kann ich bewerten, ne, Thema, ist das ein Stenzelspiel und sowas, kann ich nicht groß bewerten mit Wolfsburg, aber dann am ehesten vielleicht doch ein Stenzel wieder hin, so ein bisschen auf die Sicherheit, gleichermaßen, Stenzel hat immer ein bisschen das Thema Tempo-Defizite, deswegen darf er vielleicht einen Wagnoman, wird schwierig, ich bin gespannt, was Hönes da macht, davor eben jetzt die Frage, ne, Stilok-Harasur, wären ja beide fit, bringt er vielleicht wirklich einen Dahoud, ähm, klar, du musst natürlich auch gleichermaßen auch keinen Karasur rausschmeißen, um einen Dahoud spielen zu lassen, kannst du natürlich auch einfach vorne reinschmeißen, für einen Mio beispielsweise, aber auch das sehe ich nicht ganz, vorne hast du Führig, Mio, Jong, Gerasi vorne drin, jetzt eben das Thema, dass du Undafüder hast, ne, das heißt, einer aus der Dreierreihe fliegt normalerweise raus, oder flog dann eben auch raus, ähm, weil du eben ja Mio, Führig, Jong, Gerasi hast, und einer davon muss raus, für Undaf, wenn du eben beide von Beginn anbringst, ich will eigentlich Jong nicht rausnehmen, Mio aber auch nicht, auch getroffen gegen Köln, Führig eigentlich auch nicht, äh, da muss er kreativ werden, der Hoeneß, also am ehesten, der wird wahrscheinlich einen Jong raus, bringt dafür dann, bringt dann quasi, einen, einen, ähm, einen Undaf, und schickt Mio auf rechts, andererseits, wenn ich jetzt immer hier reinschaue, in Darmstadt hat der Mio auch nicht von Beginn an gespielt, da hat er ihn rausgenommen, weil er vielleicht diesen richtig offiziellen rechten Flügel oder rechten, ja, rechter Außenbahnspieler haben will, dann nimmt er vielleicht Mio wieder raus, und bringt dafür Undaf, und lässt einen Jong auf rechts, Führig, links, Gerasi vorne drin, so in die Richtung, aus natürlich, überraschungskomplett, und spielt auf einmal wieder so, so was Dreierkettenmäßiges, wie zuletzt, glaube ich, in Freiburg zum Beispiel, aber, ja, die Option ist wieder da, der Kader ist wieder sehr, sehr voll, ähm, von dem her kann man es überlassen, für den Samstag in Wolfsburg, ähm, einzige Frage ist so ein bisschen die rechte Seite, was macht er da, gerade defensiv, vorne hätte ich gerne ein bisschen Jong gesetzt, ähm, wenn er eben drin ist, oder halt eben dann doch einen Unterfreien drückt, müssen wir eben ein bisschen abwarten, ähm, auch Hoeneß hat so ein bisschen was gesagt, nochmal zum, ähm, zum Spiel, ähm, dass man hier eben ans Limit gehen muss, ne, der Klassiker, Wolfsburg darfst du halt auch nicht unterschätzen, auch wenn es bei denen nicht so wirklich geil läuft, kommen wir gleich dazu, zu den Daten, viel Qualität im Kader, ähm, agiert, hat er gesagt, wobei Frankfurt ist glaube ich gerade ein bisschen schwierig, ist es so als Top-Team hervorzuheben, wie die aktuell spielen zumindest, aber gegen Dortmund einen Punkt geholt zu Hause, ne, ist ja auch ganz klar, kann er so auf jeden Fall sagen, ähm, ja, haben gezeigt, dass sie hochmotiviert sind, ihre Ziele zu erreichen, man muss am Limit spielen, um in Wolfsburg bestehen zu können, ähm, ja, erfahrener Trainer mit Niko Kovac hat er angesprochen, der ja auch bei Wolfsburg sehr, sehr schwierig unterwegs, also da könnte auch bald die Entlassung dann passieren, rettet sich da auch gefühlt von Unschieden zu Unschieden, ne, verliert halt irgendwie gefühlt nie, kommen auch gleich dazu, äh, in den Daten, ähm, deswegen auch da Wolfsburg, ich glaube wir dürften selbst in Wolfsburg aktuell der Favorit sein, ne, auch tabellarisch und so weiter ist das klar, ähm, aber wie immer, auch da, wie immer wichtig von Hoeneß, auch da darfst du von nichts, ich sag mal ausgehen, ne, sag ich mal im weitesten Sinne, und damit kommen wir, wieder Thema Portkantstadt, hoffentlich schon gehört, auch hier wieder einige Daten, aber eben nicht alle, ähm, zum, ja, Datenblick auf das Wolfsburg-Spiel Vorbericht, wie gesagt, Top-Spiel-Ansetzung 1830, insgesamt Bilanz, 29 Auswärtsspiele von uns in Wolfsburg, 10 Mal gewonnen, 4 Unschieden, 15 Mal verloren, also auf jeden Fall pro Wolfsburg, und auch generell, Wolfsburg ist eklig, Wolfsburg ist eklig für uns, kein gutes Terrain, kein guter Ort für uns, in den letzten Jahren, da hat man hier rausgesucht, seit der Meisterschaft 2007, gab es 14 Spiele in Wolfsburg, wir haben einmal gewonnen, 2021, das war hier Mafropanus, der Mafropanus-Hammer, ich glaube, Förster war es noch, ne, Corona-Spiele, 2-0 gewonnen, unter Matarazzo, ein Remis hatten wir in Wolfsburg, dann seither, seit 2007, in 14 Spielen, und eben, zwölf Mal verloren, also Wolfsburg, ist alles andere, als ein gutes Pflaster, für uns, da hinzufahren, ähm, tabellarisch gibt es, das Wolfsburg hat so ein bisschen, diesen großen Pulk an Vereinen, die irgendwie alle aufeinander kleben, zwischen 15 und 7, äh, trennt es ja nur 5 Punkte, ne, Wolfsburg jetzt ist ja aktuell 13ter, gegen uns, ne, Dritter, 25 Punkte haben sie geholt, wir haben 46 Punkte, und das eben auch gerade schon angeteasert, Wolfsburg hat seit dem 16. Dezember, 0 zu 1 in Darmstadt, kein Spiel mehr verloren, äh, ja, schön wär's, kein Spiel mehr gewonnen, sorry, so rum, seit dem 16. Dezember, 0 zu 1 in Darmstadt, kein Spiel mehr gewonnen, das ist schon heftig, seither sind es 6 unentschieden, und 2 Niederlagen, also, ja, irgendwie, rettet sich, wie gesagt, auch dann eben, äh, Kovac von Punkt zu Punkt, von Punkteteilung, Remis zu Remis, ähm, und das eben auch interessant, weil wir sind ja nicht bekannt für Unentschieden, ne, bisher 2 in der gesamten Saison geholt, beide zu Hause, heißt, auch auswärts haben wir noch nie Unentschieden gespielt, in dieser Saison noch nie Punkte geteilt, Wolfsburg tut das gerade recht gerne, mal gucken, ob sie uns dazu bewegen können, ich hoffe natürlich nicht, ähnlich wie schon gegen Köln, legt auch bei Wolfsburg eher das Problem mit Tore schießen, Tore kassieren, auch nicht perfekt, ne, sonst steht es nicht auf Platz 13, aber besser als die Statistik in Sachen Tore schießen, da hapert es vor allem, und das ist ja wohl, es ist ja wirklich sehr dicken Kader haben, auch dick zugelegt haben, große Transfers, um, wie immer, wie immer bewegt haben in Wolfsburg, ähm, sind auch aktuell noch leicht mehr wert als wir, 9,3 Millionen mehr wert im Gesamtmarkt wert, Ex-Spieler gibt es nur einen, nämlich Tago Tomasch, letztes Jahr noch bei uns gewesen, ausgeliehen an uns gewesen, und dann eben von Sport in Lissabon, war es ja glaube ich, ähm, eben zu Wolfsburg, äh, gegangen im Sommer, weil wir das Geld glaube ich auch nicht hatten, für ihn diese, was waren es da, 8, 9 Millionen, die er, die Wolfsburg dann hingelegt hat, ähm, gehen wir in die Bundesliga-Vergleiche rein, wie immer, Passquote ist es Platz 9, gegen Platz 3, ne, hier kommen auch sogar V4, VfB-Spieler, vor dem ersten Wolfsburger, was die besten Passquoten angeht, im Liga-Vergleich, Wolfsburg legt den Ball bis jetzt auf Platz 9, hier auf Platz 4, ne, alles besser bei uns, natürlich spielerisch, gibt auch tabellarische Situationen, natürlich einfach auch so her, gewonnene Zweikämpfe, Platz 10, gegen Platz 4, Carasso sogar die viertmeisten gewonnen, insgesamt in der Liga, äh, im, ja, individuellen Vergleich, Spielervergleich in der Bundesliga, ähm, Kopfballduelle sind wir oft auf Augenhöhe, auch hier wieder, Wolfsburg Platz 12, wir Platz 13, ähm, individuell ist der Winterneuzugang Behrens auf Platz 3, also da musst du gucken, dass du den am besten nicht in Kopfballduelle bringst, auch bei uns Thema Standards, Thema Flanken, wo wir oft gerne Tore kassieren, aktuell, ähm, natürlich nicht immer Kopfballtore, ne, aber kann eben auch da dann vorkommen, natürlich auch der Behrens, natürlich auch Statistiken noch eben mitgebracht, von Union kam ja erst im Winter, ähm, auf Augenhöhe sind die Flanken aus dem Spiel, 10 gegen 9, also Platz 10 gegen Platz 9, Karten und Fouls wie immer, wir sind super fair unterwegs, sind da Platz 18 in den Karten, Platz 16 in den Fouls, Wolfsburg ist Platz 5 in den Karten und Platz 6 in den Fouls, also deutlich, ja, Forscher dran, sag ich mal, jetzt tatsächlich mal Statistiken, wo wir mehr das Nachsehen haben, das war so Thema Köln, Thema Darmstadt, wo ich angesprochen habe, jo, ey, das sind Statistiken, die musst du als Abschließkampfkandidat eigentlich mehr drin haben, als die es tun, ne, oder deutlicher vor uns sein, als sie es tun, das ist jetzt hier bei Wolfsburg tatsächlich der Fall, Laufdistanz sind die Vierter, wir sind 13, auch das ist natürlich Gesamtlaufbilanz, Laufdistanz, Sprints, Platz 2 gegen Platz 12, da ist Wolfsburg stark und die intensiven Läufe sind es bei Wolfsburg, Platz 1 in der Liga, VfB Platz 14, individuell auch Marriere auf der 1 insgesamt, aus allen Bundesliga-Spielern, in intensiven Läufen insgesamt und auch Mehle auf der 5, also zwei Stück in den Top 5, das ist so ein Wolfsburg-Ding, intensive Läufe, Sprints, ne, Intensität einfach, ne, ähm, darauf musst du abgeben, ne, so das Thema, ne, lässt du den Schneid abkaufen oder lässt du es nicht, haben wir in den meisten Fällen, wenn es so im Vorbericht aufkam, nicht getan, der VfB ist auch da, guter Dinge logischerweise und auch schön, wir haben ja jetzt in zweieinhalb Wochen, ein bisschen, ja, zwei, ein bisschen mehr als zwei Wochen, äh, die absolute Invasion in Hoffenheim, auch jetzt schon, wie, wie, wie oft, wie oft auch schon angesprochen, unfassbare Vorfreude, ich hab da so, so Bock drauf, ne, aber auch in Wolfsburg gab es ein bisschen Invasion, ne, Invasionig war es da so ein bisschen, weil auch da wurden sehr viele Blöcke, ähm, von vermutlich, man weiß ja nicht offiziell, aber vermutlich, vielen, vielen VfB-Fans, äh, aufgekauft oder zu Großteilen aufgekauft, rund um den Auswärtsblock, der auch ausverkauft ist, auch das war in den letzten Jahren nicht oft so in Wolfsburg, in den letzten Jahren waren es jeweils 2000 Fans in Wolfsburg, äh, Auswärtsfans vom VfB, dieser Wert dürfte locker übertroffen werden, wie auch hier schon beim VfB rauskam, ne, deren Fan-Info immer, da schreiben sie, der VfB wird von ca. 3500 Fans unterstützt, dann gehe ich mal davon aus, dass das, ja, eigentlich der Auswärtsblock ist, ne, die 3500 Fans, geht dann um den, um die offiziellen Karten beim VfB, der ausverkauft ist, das heißt, obendrauf wird es noch genug geben, drumherum, das könnte schon in die Richtung gehen von 5000 plus, bin ich jetzt nicht ganz sicher, nicht so klar, wie man es in Hoffenheim beobachten konnte, bei dem Verkauf, aber die 2000 dürften auf jeden Fall, ja, vervielfacht werden, wie gesagt, 5000 plus oder so, schauen wir mal, und dann prognosemäßig von mir zum Wolfsburg-Spiel, auch ganz klar, wird schwierig, wird eklig, nach dem Köln-Spiel sind die Jungs glaube ich auch ein bisschen angestachelt, wollen wieder zeigen, was sie können, oder noch mehr zeigen, was sie können, nächsten Sieg einfahren, natürlich auch weiterhin, wir uns eben auch, ne, letztes Jahr war es Abschiedskampf, auch jetzt kann man es eigentlich auch so mental halt eben annehmen, als Champions-Sieg-Kampf, ne, eben da auch weiter die Punkte holen, weiter den Vorsprung ausbreiten, dass dich eben, wenn du aus eigener Kraft das eben machst, dich auch keiner mehr überholen kann, ne, ist ja auch ganz klar, Wolfsburg, ja, taumelt da so ein bisschen vor sich hin, Kovac so ein bisschen vor sich hin, wahrscheinlich auch das wieder so ein bisschen Endspiel-Charakter für Niko Kovac, deswegen, auch da können wir was draufsetzen, was mir wie immer statistisch so ein bisschen Angst baut, ist halt die Bilanz, also in Wolfsburg läuft es echt oft eklig, auch letztes Jahr war es glaube ich dieses eklige 3-2 Last-Minute-Materazzo, dann glaube ich ein Spiel vor der Entlassung und sowas, Wolfsburg ist oft, oft eklig, ich hoffe auf dieses, dieses, dieses eine Spiel, was wir da hatten, den 0-2-Auswärtssieg damals, zu 21, dass sowas passieren könnte und tippe in Wolfsburg, ja, auf was ähnliches wie im Hinspiel, auch da war Wolfsburg ja, glaube ich, auch sogar lang in Führung, lang schwer gemacht, das war so der erste richtig große Test auch, sag ich mal, nach dem Saisonbeginn, wo wir wieder gesagt haben, oh ja, Saisonanfang, ne, einfaches Programm, daran liegt es jetzt und dann noch auf einmal kurz vor Schluss das Ding noch gedreht mit drei Gerasietreffern, wer die 3 macht, ist mir Ende des Tages egal, am Wochenende oder morgen dann, besser gesagt, aber ich tippe auch wie im Hinspiel auf ein 1-3 oder ein so rumgedreht 3-1-Sieg für uns in Wolfsburg und damit kommen wir noch zum Schluss wie immer zu den Tipps vom Spieltag, bevor wir hier fertig sind, Freiburg tippe ich, habe ich sogar falsch übernommen, aus Kicktipp, eine Sekunde, auf 1-2 für die Bayern in Freiburg, so ein knappes Ding, aber sie kriegen es über die Runden gewuppt, Union 1-1 gegen Dortmund, ich sage, Dortmund strauchelt weiter, Union ja eh zu Hause noch mal was anderes oder auch eben ein bisschen mehr drin oder vom Gefühl her immer, wenn du Union zu Hause liest, denkst du immer ein bisschen mehr, als wenn sie auswärts spielen, Mainz glaube ich sogar dran, Gewinn gegen Gladbach 2-1, weil Gladbach für mich auch immer noch so, keine Ahnung, nichts Halbes für nichts Ganzes ist die Saison, Bochum 1-3 gegen Leipzig, auch da müssen wir ja fast ein bisschen auf Bochum hoffen, um Leipzig und Dortmund eben beide ein bisschen vom Hals zu halten, da Thema Champions-League-Plätze 3-4-5, aber irgendwie glaube ich, dass Leipzig das gewuppt bekommt in Bochum tatsächlich, Frankfurt bleibt für mich weiter so ein komisches Ding, die rollen da weiter komisch durch die Liga durch und bleiben ja trotzdem irgendwie noch trotzdem noch auf Platz 6 da oben, das merkst du ja auch, deswegen auch da kann man glaube ich ein bisschen mehr, daher kommt glaube ich auch sehr viel Selbstbewusstsein von uns aus, vom VfB aus, dass wir da oben bleiben könnten, weil angesprochen dieses Pulg da irgendwie Platz 7-15, das irgendwie 5 Punkte Unterschied hat, auch da Frankfurt oder jetzt auch Hoffenheim zum Beispiel, die gefühlt Ewigkeiten nicht gewinnen, jetzt auch Hoffenheim vor allem, das Beispiel Dortmund das erste Mal seit, was weiß ich, 6, 7, 8 Spielen gewonnen haben, auf einmal sind sie 7 da, also unter uns tun sich schon sehr, sehr viele schwer, sehr, sehr viele auf einem ähnlichen Niveau schwer, deswegen ist eben da auch gerade so ein bisschen dieser große Unterschied da, dieser Cut-off-Point so ein bisschen da und ich glaube, der setzt sich fort bei Frankfurt, 1-0 Heidenheim-Sieg zu Hause gegen Frankfurt, Heidenheim zu Hause ja auch immer eklig zu spielen, haben wir ja auch schon erleben müssen, Darmstadt 1-1 gegen Augsburg, wäre, glaube ich, für Augsburg besser als für Darmstadt, aber irgendwie glaube ich, dass das ein unbefriedigendes 1-1 für Darmstadt wird, nachdem wir ja auch, auch das kurz angesprochen, komplett, komplett beschissen wurden in Bremen, also was da für ein Tor abgepfiffen wurde, in 90 plus 7 war es ja, glaube ich, ist ein kompletter Skandal, also Darmstadt, das tut schon richtig leid, das war ja unglaublich, was sie da kassiert haben, an VAR-Bullshit, das Tor muss ja 100% stehen bleiben, dieses Möchtegern-Handspiel, da was sie gepfiffen haben, jeder Punkt da unten ist wichtig, auf einmal haben sie eben nur einen Punkt statt drei, die es eigentlich hätten sein müssen, deswegen auch da, auch da das nächste unbefriedigende 1-1 gegen Augsburg, Wolfsburg schon getippt, 1-3 gegen uns, und dann Köln-Leverkusen, ich bin da bei Köln irgendwie echt oft dabei, habe es auch schon im Vorbericht, oder auch im Talk da mit Janiklas gesagt habe, vor dem Spiel, dass ich die oft ein bisschen besser tippe irgendwie, vielleicht auch so leicht aus Sympathietipps irgendwie, oder aus dem Tipp heraus, dass ich gerne in Liga eigentlich halten würde, so als Reaktionsverein, Stimmung, Fans und so Geschichten, deswegen hatte ich auch hier kurzen 1-1 dastehen, aber ich habe es umgewuppt wieder in 1-3, weil in den letzten Wochen, wo ich oft auf irgendwelche wilden 1-1 oder so, oder auf Unschieden von Köln getippt habe, ich habe vor allem in Heimspielen, ich habe auch Heimspiel Köln gegen Dortmund mal auf den Unschieden getippt, einfach so ein bisschen aus Hoffnungstipp mäßig, oder auch Überraschungstipp mäßig, das ging überhaupt nicht auf, war auch hier kurz davor, auf 1-1 gegen Leverkusen zu tippen, weil eben auch Stimmung drin, Derby-Charakter und so weiter und so fort, ja, ein Scheiß, wirklich ein Scheiß, deswegen 1-3 gegen Leverkusen, und dann Hoffenheim gegen Bremen, am Ende des Spieltags noch ein 1-1 hier, also ein paar 1-1 auch dabei, aber auch das alles so, wie ich es im Gefühl habe gerade, und dann, wie immer gerne, am Ende ist Folge hier angekommen, am Ende ist Podcast hier angekommen, wieder ein Ticken länger geworden, aber hier einfach mal alles in 1 reingeklatscht tatsächlich, dann wie immer gerne eure Meinungen in die Kommentare, zu allem, was ich besprochen habe, zum Köln-Spiel, zu den VfB-News, zu, was weiß ich, von mir aus auch Vereinspolitik, auch wenn ich da nicht viel zu beitragen kann, dann in den Kommentaren, zum Wolfsburg-Spiel und so weiter, alles in die Kommentare, auch hier, ihr wisst wie immer, alle Links und so weiter, sind im Sammel-Link in der Videobeschreibung drin, also, wer da irgendwas nochmal ausführlicher durchlesen will, gucken will, auf was ich mich hier beziehe, da auch gerne runtergucken in die Beschreibung, ja, und dann sage ich mal, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, hier wie immer viel mehr fürs Zuhören, wie immer auch gerne kostenlos liken und abgelassen, ist auch ganz klar, auch wichtig für den Kanal, für uns, für den Wachstum und so weiter und so fort, für uns als Community beim VfB hier, und bis zum nächsten Mal.